freunde willkommen damit starten wir wieder im stream rein wir haben heute ganze zwei aufgaben die wir erledigen wollen also die unsere haupt priorität sind und danach können wir mit anderen sachen weitermachen und zwar will ich einmal eine kleinstfabrik für jodfilter bauen das sollte relativ easy sein und die zweite aufgabe für heute ist wieder auf festplattensuche zu gehen so dass wir vielleicht weitere rezepte freischalten für die akw strom produktion und hier wollte ich noch was freischalten ach ich brauche motoren ok dann schießen wir uns mal eben zum motoren fabrik von mani genau dann gehen wir auf festplattensuche und diese region werden wir uns hier wahrscheinlich sehr viel angucken weil da etwas stattfindet stattfinden wird was wir brauchen können so und zwar haltet euch fest in die region bauen wir die turbo nicht turbo treibstoff fabrik sondern die fabrik für unsere treibstoff brennstoff die uran brennstäbe das wird richtig schön lange dauern genau und hier die region da holen wir uns das öl her gehen da raus und ja dann gucken wir mal wie wir das weitermachen so und ich werde tickets mitnehmen dass wir einfach tickets kaufen können mit tickets gegenstände kaufen können um die aber wie heißt es gleich noch die für der name gerade nicht ein objekt scanner magnetische sensitivität in kreast genau detekt die signalen wenn die hard drive at crash sites in your region kann der hier anzeigen ich habe nämlich ein ach vielleicht muss man den einfach hier hinlegen die richtung ist noch eine festplatte ja hier unten ist eigentlich eines sein ich würde jetzt mal alle ebenen ausschalten außer festplatten artefakte auf der app dass man hier vielleicht nach und nach auch noch so dinge freischalten kann so wie viel nehmen wir uns noch ein paar nobulisten das wird die reichen hallo zuschauer ich bin jedenfalls gerade dabei die welt herverstaubt an mich zu reißen was was machst du denn so aber als erstes werden wir jetzt Rotfilter dafür müssen wir hier hin so wir müssen hier hin das hört sich ganz nice an dann werden wir nämlich hier einfach mit denen mit denen hier weitermachen oh ich habe alle rezepte zusammen also alternativ rezepte zusammen also alternativ rezepte ja bei uns hat sich jetzt folgendes problem ergeben wir wollen ja nach und nach wie heißt der kram noch die geschichte mit denen mir fällt der name nicht ein ah wir wollen mit atomkraftwerke anfangen und dafür brauchen wir auch noch alternativ rezepte aber ich dachte mir damit das ein bisschen cooler ist fangen wir erstmal an mit ionisierte filter dass wir die holen und dafür schon mal eine anfangsproduktion machen und sobald wir die dann haben starten wir mit ach wie heißt das gleich noch der weiteren erkundung und dann sobald wir die erkundung fertig haben in dem fall also in unserem fall jetzt aktuell heißt es dass wir festplatten rezepte suchen bis wir die alternativen uran rezepte freischalten und ja und dann kann man hier nämlich gleich einfach strom dahin bringen wo wir den brauchen schnecken sammeln schnecken sammeln würde ich sagen oh 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 so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann 120 Generatoren. Das ist schon ordentlich was. Ah ja, und mehr Kassphären müssen wir auch einige holen. Das war's. 30 gigawatt das ist ja echt ordentlich was und ich würde sagen damit kann man schon mal echt gut was machen wir haben ja auch 30 gigawatt das hilft echt dabei ein bisschen freier mit der planung zu sein von seinen ganzen fabriken aber natürlich ist es am ende hin nicht ausreichend würde ich sagen ok das kann ich nicht abreißen aber ich kann das abreißen so ach ok gut der ist tot dann können wir die gleiche im erforschen highspeed-anschlüsse so das müsste die gewinnen sein die gewinnen sein das wird doch noch da unten oh schlafe ich das schlafe ich das schlafe ich das oh ja so 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 So... Ist hier unten irgendwas? Oh... Da ist eindeutig was Da wird der Schmerzen Ich selber Sozi können Um, das stelle. Die Schmerzen Vamos zu dir during Die Schmerzen Im Wir werden um Stimme Was Okay, dann haben wir auch die beiden. Wo bin ich hier eigentlich jetzt gerade auf der Karte? Okay, in die Richtung müsste eigentlich noch was sein. Und zwar ein Frack. Oh. Okay, das habe ich freigeschätzt. Und irgendwann muss man eigentlich auch nochmal wegen den Merkersphären und den Summerslopes los. Ich versuche eigentlich alles, wo ich gerade in der Umgebung bin, einzusammeln. Und das wäre geil, wenn es eine Karten-Mod geben würde. Okay, hier könnten wir weitermachen. Aber wir müssen nach hier, oder? Wasserfall, drei Inseln, vier, fünf, da müssen wir hin. Oh. Okay. 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 Noch ne Merkersphäre, nice. Oh Gott. So. 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 Wo haben wir denn hier Steckstoffgas und Rohöl? Wo müssen wir's irgendwie zwei Sachen aufpoppen. Genau da drunter irgendwo. Dann machen wir es doch noch relativ einfach. Organisation, Radar-Turm, da kann ich ein paar Bomben. So, und ich will jetzt, oh, sauber, auch nochmal abgeschlossen. Ah, erstes Uran-Rezept freigeschaltet. Okay, von hier aus will ich mir nämlich das Öl holen, hier am Meer lang gehen und dann hier rein mit dem Öl und dann hier die Production aufbauen. Das heißt, man holt sich hier die Ölquellen, presst die alle zusammen. Dann sollte das eigentlich klappen. Dann kann man hier nach und nach Sachen erkunden. Turbomotoren, nice. Elektromagnetische Brennstäbe, können wir gebrauchen. Was haben wir hier? Können wir einfach so öffnen, toll. Neue Festplatte. Für Erkundungstouren sollte man sich eigentlich auch nochmal überlegen, ob man neue Munitionen herstellt oder unterschiedliche Munitionen. Hier haben wir Schwefel, das ist schon mal gut. Da ist noch eine Merkosphäre. Oh, hier ist auch noch was. Okay. Hier ist schon mal gut. Okay. 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 Hier ist noch ein Geysir, den man sich irgendwann mal holen könnte. Aber hier kommen wir jetzt langsam in die Region, in die wir vordringen wollten. Da hinten werden wir wahrscheinlich unsere Production für Atomstrom machen. die andere Idee ist natürlich, weil es hier so schön durchgeht wäre meine andere Idee gewesen, wir können die auch hier vorne hinsetzen und pumpen dann das Wasser von da hinten raus. und pumpen das dann hier durch, also dass dann hier wirklich eine Wasserlinie reinkommt. Oh Gott. Die wir dann nutzen können. Mit dem Öl zusammen vielleicht sogar. Das sollte eigentlich relativ gut funktionieren. Und dann ist das ein Geysir. Alter ist auch alles verstrahlt. So, das wollte ich doch jetzt mal einfach mal nachgucken. Ok, wir haben hier den Planer. Production Planer. Was ist denn? Ok, zielsuchende Gewehrmunition. Highspeed Anschlüsse. Für die zielsuchende Gewehrmunition. Also bei dem Craterium vorkommen könnte man ein... Ja, noch einen Turm bauen. So, ich werde noch mal was anderes gucken. Auflehne nicht. Ich wollte mal... Gucken was es für... Mods gibt, ob es ein Map-Mod gibt, wo einfach alles angezeigt wird. Vielleicht auch mit den Türmen zusammen. Ok, ne, gibt es unter hier der Kategorie Mods nicht. Die Zelle wird compelled dazuokus auf der Kategorie decreation. Ok, für wollen wir fahren vor den Türen utilizzen gut machen. Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Blueprints, aaaaaaah ok, easy. Ich habe jetzt was runtergeladen. Ok, aber wir gucken mal eben nach dem Mem. Bestätigen. Aluminiumträger, Neu-Scan, alternativ Turbomotor. Turbo, Elektromotor, oh. Ach, die Truckstation habe ich mitgebracht. Intersection, straight with balls, straight. Ja genau, der Strahlungs-Hansel ey. Und ist hier jetzt der Strahlungs-Hansel weg? Eow. Ok, dann fast. Und ist hier jetzt der Strahlungs-Hansel weg? Eow. Ok, nice. So, Intersection. SP und Follow runterladen. Moment, wir müssen eben auf die Downloads gucken. Interception, SP config. SP runterladen. Ok, super. Weil die finde ich nämlich richtig nice. Das hier ist einer. Und Intersection hatte ich grad schon. Da oben hin. Das ist der Print. Strait with Power, die kann ich davon auch. Einfach ohne Straight. Das Pole, das ist nur die Straight, ne? Ah, okay, die habe ich schon runtergeladen. Und Intersection hatte ich auch, okay, und dann können die, so wie ich das verstanden habe, einfach hier mit rein und dann haben wir die jetzt im Blueprint Modus, jetzt weiß ich nicht. Okay, warte, dann starten wir doch einmal hier mit der Spiegel. Oder muss ich die auf den Server laden? Das könnte nämlich jetzt auch sein, das wäre nämlich irgendwie ein bisschen blöd. Okay, die muss ich anscheinend auf den Server laden. Das ist ja kein Problem. Habe ich die noch unter Downloads? Und wenn ich die jetzt hier alle einfach reinziehe. Upload hier. So, Moment. Testen wir das Ganze nochmal. Ich habe das auf dem Server noch nie getan. Vielleicht kann es auch sein, dass wir gleich einmal den Server neu starten müssen. Einfach mal um zu locken. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. So. Anscheinend müssen wir doch den Server einmal neu starten. Okay, dann haben wir jetzt einmal den Server gespeichert. Dann mache ich hier einfach mal einen Easy Restart. Okay. Das war's. Vielen Dank. Haha! Oh, nice. Oh! Okay. Oh! 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 Nope. Oh, okay. 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 Wie habe ich das da gemacht? Ja, genau so. Okay. Und dann ist da hinten noch eins. Okay. 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oops. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, damit können wir bauen. so 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 Hallöchen Lala ich baue gerade ähm nennen wir es den Beginn der Industrie für Brennstäbe und äh äh für ionisierte Filter und dafür brauchen wir äh Öl genau äh öh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, kann ich gerne machen, aber gib mir eben einen Moment. Ich würde das hier eben noch fertig bauen. Ich würde das hier eben noch machen. 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 Obwohl. Ich würde das hier eben noch machen. 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 Das war's. 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 What's. Das war's. Oh, sie läuft. Das war's. 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 so. das war's. das war's. das war's. das war's. das war's. ... das war's. ... und... ... und... ... und... ... und... ... und... ... und... ... 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 und... ... 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 ... ... und... ... ... ... und... ... ... und... ... ... ... und... ... ... ... und... ... ... und... ... 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 Okay. 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 So, wenn ich nachher den Stream anschmeiße, reiße ich oben erstmal alles ab, nachdem ich die... Aufjehn. Das wird richtig, richtig nice. Oh, ich muss noch mal eben was nachgucken. Achja, ich war wenig im Internet unterwegs. Wer braucht denn Holzkohle? Ja, das Rezept ist so schlecht, das lassen wir da drin. Oh, wir haben nur noch eine Platte. Ja, das schon, aber du kriegst hier keine Steaks. Jetzt habe ich total vergessen. Ach, jetzt weiß ich was ich wollte. So, ich wollte einmal auf Twitch gucken. Es gab nämlich irgendwelche Ziele. Oh, nee. Hm. Okay, gab's nicht. Was? Oh! 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 Beklar! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 brauchen wir sechs stück so Okay, wenn wir jetzt Okay, wenn wir jetzt Okay, wenn wir jetzt Ich glaube, das könnte richtig Nice aussehen Okay, wenn wir jetzt 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 Nice, also Das Wasser geht hier rein Wird dann hier hochgeführt Aber unser Öl geht hier Straight up rein Machen wir hier Den Öldurchgang So Wände Standardwand Logistik Logistik Pipeline Durchführung Pipeline Durchführung So Wände So Okay So Okay So Okay So Okay So Okay So Okay So 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Führen wir das hier so drüber? Oder lassen wir das erstmal so und dann gucken wir, was wir hier machen. Hmm. 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 Okay. 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 Nice. So, und wenn ich jetzt den... So, jetzt die Frage. Ist es zu hoch oder passt es? So, jetzt... Verdammt. So, jetzt die Frage. So, jetzt die Frage. So, jetzt... 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 Okay. So, jetzt... 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 So... So, jetzt... 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 so dann machen wir eben eine kurze pause also bis gleich bis gleich Bis zum nächsten Mal. 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 Okay. Okay, das reißen. Bis zum nächsten Mal. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ja, mit Fußball kann ich leider überhaupt nichts anfangen. Ja, aber freut mich auf jeden Fall für dich. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ja, mit Fußball. So, Final Stage, die ersten 16 Fuel Generatoren laufen. Nice Zuschauer. Und die betreibst du dann mit Rocket Fuel? Oder irgendwas anderes? Also, ich habe gerade mal gesucht. Bei Google habe ich nichts gefunden dazu, ob es oder wann es rauskommt. Kein Problem. Um... Um... ... Ich binbelli. Ich binbelli. Ich binbelli. Heute machen wir hier. Ich binbelli. X'binatzen. Ja, wie ich bin. Ich binbelli. Ich binbelli. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ok ich vergesse es jedes mal ich glaube 23 24 ja 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 und hier noch drauf und hier ja 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 wir sammeln jetzt wieder festplatten ja 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 wow noch einer ja 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 Das war's. Das war's. So, dann gucken wir da hinten weiter. Oh, da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt wieder hochfahren. So, jetzt wieder hochfahren. So, jetzt wieder hochfahren. So, jetzt wieder hochfahren. So, jetzt habe ich ernsthaft keinen Stahl mehr. So, festplatten. Automatischer Miner. Oh. Und wie viel Strom stellst du her? Ja. Und funktioniert das so, wie du geplant hast? Ja. Das dauert zum einen den Platz dafür zu finden und zum anderen auch noch alle zu bauen. Das dauert ja ewig um drei Tage. Oh, drei Tage. Das dauert. Um wieder ins Plus zu kommen. Okay. Also hauptsächlich. Ähm. Okay. 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 So sauber. Okay. 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 Sober. Oh my god Ich habe die Quelle nicht mal ausgereizt, die Pumpe leuchtet auf 66% Alter, ein Drittel drauflegen, wenn ich müsste Ja, irgendwann könntest du dann mit Hier, wie heißt das, mit den Energieverstärkern das Ganze Genau, übertakten Dann bräuchtest du, die Motoren könntest du übertakten Und dann bräuchtest du nichts neues bauen Und dann bräuchtest du, die Motoren könntest du Und dann bräuchtest du, die Motoren könntest du Und dann bräuchtest du, die Motoren könntest du Oh, 4,13 Okay, nice Okay, nice Okay, nice Okay, nice Okay, nice Okay, nice Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das ist nicht Endstufe. Es gibt ja noch den Ionisierten. Ja, den hatte ich auch gesehen. Aber braucht der nicht krass viel Production? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 wir weiter festplatten auch noch rein oben 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. No. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und zwar von hier aus hier rüber und dann schließen wir glaube ich die erste Hälfte. Oh Gott. Uh, yeah. Oops. Okay. 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 Kupala Drohne hot up 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 or Oh 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 Oh, man. Yes. Oh, man. Damaged hard drive recovered. Return it to the MAM where it will receive the best recovery and rehabilitation care available. So, let's go. Oh, man. Und zwar ist da noch einer. Oh, man. Habe ich Plastik? Yeah. 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 Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Okay. Und wieso stirbt man da einfach? Du meinst diese Radartürme hier? Zum einen decken die die Karte auf, zum anderen zeigen die die Ressourcen in der Umgebung an, deswegen haben wir hier die Symbole eingeblendet. Na, alles check? Na klar, und selber? Ja, ich bin grad gestorben. Oh. Ich hab mal bei dir angeklopft. Oh, wait. So, jetzt schalte ich da schon mal um, das und das an, wunderbar. Jetzt haben wir auch alle Sound. Guten Abend zusammen. Na bünd. So, dann gehen wir auf den Server drauf und dann fangen wir jetzt auch endlich mal an zu strömen. Zu strömen. Zu strömen. Hm. So, jetzt sollte der Chat auch gemerged sein, richtig? Das weiß ich noch nicht. Nö. Nö. Bei mir war das grad unendliches Laden. Oh. Äh. Okay, jetzt. Ich hab beitreten einfach bei dir gesagt. Okay. Achso, ja. Stimmt. Beitreten. Du hast deine Beitrittsanfrage storniert. Gemeinsamen Chat ausprobieren. Okay, verstanden. Gemeinsamer Chat gestartet. Okay, sollte jetzt klappen. Ja, klappt. Okay. Wunderbar. Ein Traum. Gemeinsamer Chat. So. Oh. Peanut hat den Fisted, äh, Ingot automatisiert. Nice. So, wie voll sind denn die Kupferbleche schon? Oh. 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 Oh, wir können den gemeinsamen Chat sogar moderieren. Okay. Irgendwo gab es noch eine Option. Äh. Hallo Gobi! Das du Moderationsdinger, äh, teilen kannst. Heißt, wenn ich ein bei mir Dingelskirchen zerlege, dann wird er auch bei dir geblockt. Ja. Aber frag mich bitte nicht, wie. Wie denn? Okay. Also, ich habe jetzt fast die gesamte Wüstenregion abgefrühstückt. Okay. Mit Festplatten. Ah, okay. I see, I see. Warte mal, also habe ich das eben richtig gesehen? Zwei Streamer, ein Chat richtig? Ja, genau. Oh yeah. Da kannst du sogar noch mehr hinzufügen. Wir sind jetzt nur zu zweit, aber du kannst wirklich mehrere Chats dann miteinander verknüpfen. Und dann haben die auch noch, so wie ich das gesehen habe, Wattninja mit dabei. Ja, haben sie. Also, du kannst hier auch noch Quellen mit einfügen. Und kannst dann die Links hier rauskopieren für Dingelskirchen. Für OBS. So. Und hier siehst du, ich glaube, sechs Leute können gemeinsam daran teilnehmen. Du hast dann hier halt so ein Control Panel, mit dem du arbeiten kannst. Das ist richtig nice gemacht. Ja. Das mit dem Chat ist halt ultra praktisch. Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich mich frage, ist so, ich habe das ja bei dir hier offen. So, Kino-Modus. Okay, ich kann... Ah. Ich sehe, dein Name ist jetzt gemeinsamer Stream. Ach ja, mit steht dabei, ne? Also, wenn ich in deinem Stream drin bin, steht neben deinem Namen auch mit und dann mein Name dahinter. Genau. Ja, ich glaube, dann ist nur noch... Das wäre Eskalation. Da musst du wirklich, ähm... Ja, da kannst du doch eigentlich gar nichts mehr machen. Nee, überhaupt nicht. Wenn du da irgendwie 80.000 Zuschauer unterwegs hast, die, äh... Bullshit labern, ähm... Ja. Kronk und Funk allein zusammen, das wäre ja schon... Ja, packt er noch, äh... Puzzi mit rein. Oh, mir fällt da gerade was ein. Ähm. Im Dezember ist Friendly Fire. Ich glaube, die wollten das auf einen der Kanäle restreamen. Und wenn sie dann die Chats damit zusammenpacken... Holy shit, wird das... abgefuckt. Eskalation? Ja. Ja, okay. Beim letzten Mal hatten sie auch alle, ähm... Mods aus allen Teams zusammen, nur um das zu steuern. Ja. Müssen die schon. Wenn ich mir mal überlege, ich glaube, das eine Mal waren das knapp, äh... 80.000 Leute, die gleichzeitig zugeguckt haben. Mhm. Ja, da kann ja echt nur noch de fuck sein. Interactive Map. Okay. Da steht auch immer, dass ich anklopfen, also im Stream anfragen kann, mitzumachen. Ja, genau. Ja, ja. Das würde mich jetzt interessieren... äh, also mich würden zwei Sachen interessieren. Ah, das könnte ich gleich mal ausprobieren, einen kleinen Moment. Ich will nur in Sicherheit geraten und nicht schon wieder sterben. So. Öffnen wir doch mal einfach dein Channel im E-Cognitur-Tab. Ach, wie könnte man da noch mal die E-Cognitur öffnen? Ab. Ich muss auch jedes Mal überlegen. Ja. STRG-SHIFT-N Oh, dafür gibt's eine Tastenkombi? Mhm. Ah, toll. Okay, wenn ich gemeinsam Stream drücke, passiert, äh... will er mich weiterleiten und dass ich bei dir anklopfe. Das find ich ein bisschen schade. Weil das wär eigentlich die beste Option gewesen, da einmal drauf zu drücken, zu drücken, als, äh, nicht streamen, äh, nicht streamer. Mhm. Und dass du dann einfach straight, ähm, die Option hast, äh, beide Streams zu gucken. Ja. lol. Sieht das geil aus. Das mit den beiden Streams, ist das nicht nur für Partner limitiert? Oh, das weiß ich nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ihre Einschneiden sind aus. Die Container Baumwärme ist, die Dembezüge und die Ja. Our notes are sour still, harmony follows many star journeys. Patterns are starting to emerge in vocabulary, sentence structure, topics. How fascinating to once again solve a true mystery, to be unable to create any accurate predictions. So, let's get started. So, jetzt noch die ganzen Stromnupsis und dann können wir die zweite Etage nämlich auch noch anschließen. Nice. Und dann ist die Kupferproduktion nämlich gleich mal fertig und wir können uns mal wieder mit was anderem beschäftigen. Deko! Ja gut, die Deko, die mach ich ja direkt mit. Achso. Oh, Gott sei Dank. Wobei ein bisschen Deko muss ich noch machen, ganz weich, damit ja noch nicht fertig. Uh, hilf. Okay. Ich seh' gerade auf deinem Twitch-Kanal gar kein Editor bin. Äh? Du hast doch Mod-Rechte. Ist halt nicht das gleiche? Weiß ich nicht. Nee. Okay. Und was ist denn der Unterschied? Und wie kann man das ändern? Dann... Ich da righteousness. Bis zum nächsten Mal. 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 viele ja ich habe übrigens mal ein turm aufgestellt oder ein paar türmchen was für türmchen acht funktürme ja guck dir die wüste an okay i see ja so hieß das ich hatte erst stream together im kopf ach so ja okay ja wir benutzen ja multi twitch naja aber wenn du hier schön einfach nur ein command eingibst so von wegen squads stream und dann person xy als befehl ja das ist schon einfacher ja aber als beispiel ich würde es glaube ich cool finden wenn ich jetzt einfach wie bei multi stream entscheiden könnte dass ich beiden zusehe gott ach verdammt es wurden fehler begabt ja klar der spot stream war um einiges geiler als stream nativ und nahtlos zwischen zu anderen ansichten ja genau das meine ich du hattest halt nur den sound dann von einem stream ausgewählt trotzdem beide gucken oder ich glaube sogar bis zu acht stück oder so aber ich hatte auch den eindruck korrigiere mich wenn es falsch ist dass twitch ziemlich viel müll auf seiner plattform hat und zwar in die richtung dass die viele sachen weiterentwickelt haben und wahrscheinlich nie mal eine klare programmierrichtung ausgewählt haben und dann einfach alles voll ist mit allen möglichen scheiß dass du dann eigentlich so gesehen echt keine chance hast als einige features zu deaktivieren weil du ich hatte auch irgendjemanden mal darüber sprechen hören dass sie echt das problem haben dass twitch einfach mit den ganzen features die sie mal hinzugefügt haben und weggenommen haben so viel müllcode drin haben dass sie aufpassen müssen wenn sie zum beispiel die follow funktion deaktivieren würden dann niemand mehr abonnieren könnte oder sowas weil so wie ich das verstanden habe du kannst du musst von einem streamer follower sein sonst kannst du den nicht abonnieren also mal äh ja ich glaube auch dass das das absolute dumpster fire ist und das mit kick glaube ich dass sie einfach den code kopiert haben aber man muss ja dazu sagen besser ordentlich kopiert und verbessert als sein eigenes dumpster fire im backgarten so okay ich mache jetzt nichts mehr ach ja ich habe jetzt noch zwölf festplatten im rucksack sehr gut das ist bestätigt und hatte beim launch vergessen gewisse commands und javascript zu entfernen die 100 prozent twitch intern waren lol äh das ist nur so nicht so gut nee vielleicht naja das ist genauso dumm wie damals bei schüler vz da hatten die noch äh war das äh wie heißt das gleich noch war der home ordner von komplett schüler vz hieß book.com oder einfach nur book da haben sie einfach facebook kopiert und nach deutschland gebracht bevor ich glaube facebook richtig in deutschland war oh wow okay die fabrik läuft okay ich mach mich auf den rückweg oder ich bin schon auf dem rückweg man sieht es vielleicht man sieht es nicht mehr am stromverbrauch naja deine komplette fabrik als sie angeschlossen war hat die 938 verbraucht oder so oh okay ja doch doch man sieht es am stromverbrauch da 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 ist der sprung wo ich es angeschlossen habe wowi hey hey darf ich bei dir abschreiben klar aber mach es nicht so offensichtlich mhm hat wohl nicht so funktioniert und er holt den drucker raus und kopiert es einfach nur mhm hey das sieht auch echt nur so aus als ob wir uns die grenze eines bioms genommen haben und nur noch da gearbeitet haben mhm so kannst du das jetzt aber auch nicht sagen sauber sauber oh alt also manni mhm da müssen wir jetzt nochmal reden du ne Was denn? Das muss hier ordentlich gemacht werden. Mein Gott, dann mach doch! So je, Tatjana, das sieht nicht gut aus. Ich frage mich gerade nur, warum kein Draht hochkommt. Ach ne, sag nicht, das ist genau das Ding, was ich abgeschlossen habe. Ja, Moment, das ist die Fabrik, die ich abgeschlossen habe. Warum kommt hier nichts hoch? Hier kommt ja schon gar nichts an. Warum nicht? Ach so, weil sich die Dinger hier unten erstmal mit Zeug füllen müssen, bevor hier oben irgendwas ankommt. Ja gut, das macht natürlich Sinn. Ja, ja, ja. Der grabt sich das jetzt erstmal direkt alles weg. Oh, jetzt kommen die ersten zwei Drahtspulen. Oh, nice. Woho, da sind sie. Sehr gut. Sind die Sings überhaupt in Betrieb? Nein. Nö, gut. Okay. Die sind nur dicken. No, nice, no, nice. Hm. Ja, ich glaube, das Blech, das dauert nicht mehr so lange, bis das komplett voll ist. Also noch geht es hinten in den hintersten mit rein, aber so lange wird es nicht mehr dauern, glaube ich. Zumal jetzt ja, obwohl doch jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen länger, weil jetzt die ganzen Kupferbarren natürlich auch verarbeitet werden hier oben. Heißt, die werden nicht mehr unten durchgehend verarbeitet. Okay. Man, damit war ich doch noch gar nicht fertig. Aber wenn du das machst, ist gut, mach das ruhig weiter, dann kann ich nämlich die Deko außen weitermachen. Achso, nee, ich wollte nur mal eben gucken. Nein, nein, du kannst das da jetzt ruhig, du hast es angefangen, dann kannst du es auch schön zu Ende machen. Das passt schon, das ist okay für mich. Für mich aber nicht, weil ich eigentlich was anderes machen will. Nein. Meine Güte, hätte ich nicht einfach andersrum fliegen können? Nö. Natürlich nicht. So, zum Thema Editor-Klick hier. Ja. Ah. Okay. Du wurdest jetzt zum Künstler befördert. Ich? Ja. Miss Klick. Jaja. Fabi hat gerade Social Engineering at its finest gemacht. Der hat jahrelang dein Vertrauen aufgebaut, um jetzt deinen Kanal zu übernehmen. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, es gibt da wenig Personen, denen ich mehr vertraue als Fabi. Was so alles angeht, meine ich. Das hätte schon... Ich wollte gerade sagen, wenn er das wollte, dann hätte er das garantiert schon getan. Okay. Wie so enttarmte Kunstzuschauer. Ich bin verwirrt. Nicht, dass das bei mir ein außergewöhnlicher Zustand wäre, aber... Entartete, nicht enttarmte. Oh, oh. Ich sag doch, ich bin verwirrt. Mann! Ich kann doch nix dafür. Oh. Okay, hier ist Kopferblech. Wie damals mit dem Bot Fabi. Stinky, wie war nochmal dein Passwort? Stinky XYZ. Fabi, ich brauch deinen Zwei-Faktor-Code. Stinky. Achso, ups. Ja. Deswegen, also... Das sollst du eigentlich echt niemanden erzählen. Ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ohne Fabi wäre ich teilweise halt wirklich echt aufgeschmissen, ne? Weil egal welches Problem, es heißt immer nur, Fabi, ich hab ein Problem, mach mal. Und schon ist Fabi zur Stelle der halt einfach fixt. schnell und effizient. Aber ich darf das. Ja, darfst du auch. Ja, darfst du auch. Eine Sache, die ich bis heute nicht bei dir fixen konnte und zum Glück mit dem neuen PC von dir nicht mehr fixen muss, ist deine Taskleiste und der Windows-Button. Ja, ich weiß auch wirklich nicht, woran es gelegen hat. Was? Ähm, meine Taskleiste bei meinem alten Rechner hat nicht mehr funktioniert. Also ich konnte literally nichts anklicken. und äh, ja, der Windows-Button hat halt auch nicht mehr geklappt. Weder der auf der Tastatur noch der unten in der Taskleiste, weil die Taskleiste obviously nicht funktioniert hat. Nicht mal Windows neu installieren hat den Fehler gefixt. Alter. Ja. Wie? Wie? Also da hat es ja alles zerschossen, ja. Ja, ich weiß halt auch nicht, wie. Irgendwann hat es einfach aufgehört zu funktionieren. Ich könnte sogar sagen, woran das gelegen hat. Wo dran? Willst du es wirklich wissen? Weiß ich nicht. Ähm, wahrscheinlich, äh, dadurch, dass du so viel Kaffee andauernd auf deine Tastaturen gekippt hast, hat sich... Oh, nein, es liegt nicht am Kaffee! Mann! Hat sich, hat sich der Gaming-Modus automatisch, äh, von der Tastatur in die USB-Buchse des PCs, äh, eingebrannt. Aber das erklärt ja nicht das Problem, warum die Tastleiste nicht mehr funktioniert hat. Ja, Kindersicherung, ne? Nee, wahrscheinlich irgendwie wirklich was total Dummes. Ja. Nee, aber meine alte Tastatur, genau, hat Fabi gerade geschrieben, hatte übrigens gar kein Game-Mod, da dran kann es nicht liegen. Ja, aber die haben ja das Betriebssystem neu gemacht, äh, deswegen hätte ich jetzt an externe Hardware gedacht und nicht an irgendwas anderes. Ja, vor allem, das Problem hat sich irgendwann dann von alleine behoben, aber ich weiß halt nicht warum. Weil jetzt ist das Problem nicht mehr da. Weil jetzt hat Jackie ja den PC. Die hat das Problem nicht mehr. Vielleicht lag es auch einfach an mir. Ja, oder, ähm, hast du denn irgendwie deine Maus nach wie vor immer noch dieselbe oder mit dem neuen PC auch die Maus gewechselt? ich habe noch die gleiche Maus. Das wäre nämlich noch so eine Idee gewesen, die ich gehabt hätte. Hm, wahrscheinlich war es das. da ist ja auch immer so eine Maus-Software dabei. Vielleicht nutzt Jackie die einfach nicht und hat die gar nicht installiert. Ja, aber ich habe die Maus-Software ja installiert bei mir auf dem PC jetzt und bei mir funktioniert es ja noch. Hm. Bis jetzt. Psst. Boom, PC fährt runter. Hahaha. Jetzt bist du auf Windows 11? Nö. Nicht? Nö. Auf beiden Rechnern ist Windows 10 drauf. Okay. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die so denkt, aber ich finde es grauenhaft, dass ich in dem Windows, wenn ich rechtsklick auf dem Desktop irgendwo hin mache, dass ich in dem Windows 11 Menü noch auf extra oder auf erweitert klicken muss, damit ich wieder in das Windows 10 Menü reinkomme und alle Teile da angezeigt bekomme. Äh, nee, das haben wir bei uns auf der Arbeit mit, äh, Gruppenrichtlinien geändert. Hm. Ich bin mal gespannt, bin mal gespannt, wann meine Windows-Installation reinscheißt. Das wird seit Windows 7 fleißig hochgezüchtet. Hahaha. Meine aktuelle auch. Ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, damit das auch einen Sinn und Zweck erfüllt Oh Vor allem, weil ich in meinem Kontext auch echt viel Zeug drin habe, das ich gerne direkt sehen wollen würde Hä? Was meinst du denn damit? Ja Oh Bild Oh ja, das kann ich verstehen Das kannst du aber, wie gesagt, über Registry-Eintrag wieder hinzufügen Aber 100% davon würde ich nicht einsetzen Was baust du als nächstes, Marnie? Äh, ich werde erstmal jetzt bei uns, da die Kupferfabrik hier läuft Äh, da wegreißen und so Ich dachte, du baust jetzt diese Tower of Suffering Nee, nee Erstmal werde ich oben jetzt wieder ein bisschen Platz schaffen Okay Zumal ich den hier noch fertig dekorieren muss, aber ich habe gerade keine Lust mehr Was? Was? Was für einen Scheiß mache ich hier gerade? Ja, das, du machst schön gerade Auch der sieht gar nicht so schlecht aus, abgesehen von dem hier unten, was ich noch fixen muss Ja, unten auch alles andere Ey, so schlimm sieht es nicht aus Alles klar, mein Rechtsklick ist fix Nice Nice Oh Verwachsen Was war das denn? Das war kurz vor durch den Bildschirm schlagen Mhm Passiert auch nur, wenn Scheiße nicht funktionieren soll, wie sie funktionieren sollte Und dann rumbackt Wie süß, hier sind ja auch noch die langsamen Förderbänder und alles Voll leck mich am Arsch, hier sind ja noch die MK1 Förderbänder Ja Und dann hast du auch noch so formschön gebaut Das war ich nicht Das ist deine Fabrik Die hast du gebaut Okay, hast recht Ja Nee, ich habe gerade an deine andere Fabrik gedacht Willst du dich jetzt über meine Rotoren- und Rahmenfabrik beschweren? Ja Warum? Ach, weil lustig Finde ich nicht okay Muss ich ja ehrlich mit dir sagen, jetzt so, ne? So, aber du hast dich ja übertrieben gesteigert Siehe diese Fabrik hier Oh Oh Ach, nichts Du hast dich genau So, aber da geht's ja hier kann ich das Okay, hier mal Okay, du hast dich ja ізelt Und das wäre jetzt Okay, tut dann Und dann Du hast den Awesome Shredder hier gebaut, ne? Was? Du hast die Lagercontainer erweitert, oder? Was? Bei der Awesome Sync, bei der Kupferfabrik hast du den Shredder gebaut, oder? Ja. Ja, du hättest vielleicht darauf achten sollen, dass das auch von dem Ding ganz oben nach unten geht, weil das war zwar verbunden, aber falschrum. Oh, cool. Deswegen ist die obere Kiste jetzt komplett voll. Ja, ähm, ich hab aber gerade gesehen, du kannst eigentlich schon wieder hierher fliegen. Weil du was abgerissen hast. Wo? Äh, du hast zwei Artikel bei dir, ähm, äh, Rucksack. Wovon ich leider nicht mehr so ge... Oh, doch, hab ich noch. Oder, warte mal. Reicht das? Hä, du hast die doch alle bei dir da rumfliegen, die werden doch da produziert. Äh, nee, du hast unsere Depots gekillt. Ach, reicht sogar. Du hast sie bei dir rumfliegen. Du bist in der Fabrik dafür. Ja, haben wir eine Fabrik für... Sam-Fluktuatoren? Nein, aber daran hab ich doch auch gar nicht rumgefummelt. Du hast die Depots davon abgebaut. Nein, hab ich nicht. Ja, die waren direkt neben. Oder flieg mal hinter den Schredder. Ich hab die, äh, Dinger da... Die, die Lager davon weggemacht. Ja, und die Depots, die oben drauf waren. Ja. Das meine ich. Ja, aber wofür brauchst du die Depots? Damit du beim Bauen da drauf Zugriff hast. Ja, das ist mir schon klar. Oder wolltest du die jetzt wieder oben drauf setzen? Ja, die müssen wir natürlich wieder oben drauf setzen. Ja, das... Ich, ich komm gleich und baue sie. Dahin. Nee, ich hab genügend Material dabei. Ach so. Ich dachte, du bräuchst das Draht oder so. Nein. Davon haben wir... Deswegen war ich gerade so verwirrt, weil das wird doch genau da produziert. Davon haben wir ja dezent wenige hier. Was? 600 pro Minute reichen nicht? Äh, nein. Okay, so. So. Depots fertig. Äh. Ich hab viele entdeckt. Oh Gott, wird das nervig. Obwohl, das geht eigentlich. Also, Kupfer haben wir angeschlossen. Dann fehlt noch... Nee, äh... Wir schreddern die nicht, oder? Nee, ich würde die nicht schreddern. Okay. Okay. Ich meine, ich muss da oben noch die Drohnen drauf bauen. Mhm. Ähm, und dann brauche ich ja quasi hinten bei meiner Fabrik auch noch die, ähm... Die... Kupferbleche. Für die Computer. Ja. Das war ja der einzige Grund, warum ich da so eine riesen Fabrik jetzt hingebaut habe, weil ich Kupferblech brauchte. Was ich nicht von hier hinten nehmen wollte. Kann ich vollkommen verstehen. Ich hab's genau andersrum gemacht. Ich hab die Kupferbleche von da geholt. Ich darf die jetzt aber schon abreißen, die Kupferblechfabrik hier, oder? Äh, ja. Warum nicht? Achso, nee. Dann hab ich dich grad... Alles gut. Äh, nee. Wir haben jetzt gerade noch, ich glaube, eine Doppeltruhe an... äh... Motoren vorhanden. Ich glaube, ab dann wird's problematisch. An Motoren. Äh, nicht Motoren. Äh, wie heißen sie gleich noch? Äh, Computer. So. Achso. Achso. Ja. Soll ich das noch nicht abreißen? Äh, doch. Äh, also... Wir brauchen ja aktuell keine Computer für irgendwas. Äh. Und wenn du... Ehh, äh... Äh... Wie heißt das gleich noch? Gleich einfach das Kupferblech holst, ne? Und... Dann die Fabrik damit baust, dann ist ja easy. Ja. Ach, verdammt. Ach, äh... Eine Sache noch. Hm. Äh, die... Die Truhen machst du alle weg, ne? Ja. Gut. Weil die stehen dann immer oben in der Map drin, ne? Wie ich festgestellt hab. Ja. Ja. Ich muss auch noch aufräumen. Das kann gar nicht bangen, das Game ist in der 1.0. Mhm. Mhm. Jetzt noch ein Milestone, dann hab ich alles, Alter. Kloppe, kloppe, warum kloppe, kloppe? Ach, weil wir uns angegiftet haben. Ach so. Was ich noch nicht mal so verstanden hab. So. Hier, jetzt sieht man hier wieder Natur. Eww. Hm? Bruder, eww. Baa, baa. Eww, eww. So. 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 Ich habe fertig. Wunderschön. Sarkasmus? Nein, wirklich. Sondern da oben drauf kommen jetzt die Drohnenports. Ja, genau. Du musst ja noch die... Ähm, wie hast du das gleich noch? Die... ganzen Sachen noch nach oben wieder führen. Ja. Und da würde ich dann die Drohnenports draufsetzen. Ja, ich hab schon mal überlegt, ob ich die, ähm, obere Plattform in der Form von dem Loch, äh, bei der, von der unteren Form Plattform mache. Weißt du, wie ich das meine? Äh, nee. Also, dass da jetzt der Durchgang, wo du jetzt gerade durchfliegst, quasi, das Stückchen mit den schrägen Ecken, wie auch immer man das nennt, äh, die Plattform oben drauf setze, quasi, in der gleichen Größe. Wahrscheinlich hast du immer noch keinen Plan, wovon ich rede. Nein. Dachte ich mir. Aber die Pfosten sind zu schmal. Ich weiß nicht, ob die vielleicht so ein... ...nach innen sollten. Dann kommt die näher da dran und dann müsste der Bildschirm auch passen. Aber dann passt das mit den, äh, Dreiern hoch nicht mehr. Mit den Förderliften. Drei? Nee, ich hätte jetzt immer nur einen hochgefahren. Oder? Achso, du hast die gar nicht mehr. Ja, achso. Ja, okay. Ja, ja, klar. Okay, ja. Die sind jetzt hier aufgeteilt. Okay. Ja, dann passt das. Ja, klar. Nee, aber das passt so auch, weil die... Ich hatte die Größe vom Display, das hat sich verschoben. Ähm, brauchen wir diese intelligente Beschichtung hier noch? Oder kann ich das auch wegmachen? Äh, kannst du wegmachen, müssen wir eh neu machen. Du redest auch in Stichpunkten und kursativer Schreibschrift. Ja, ich weiß. Was? Handen. Das war jetzt zu hoch für mich. Ist nicht schlimm, ich hab verstanden, was er meinte. Oh, so schlimm? Mein Gott, meine Ausdrucksweise ist kompliziert. Den finde ich jetzt nicht. Ich habe gerade was versucht, dir zu erklären und du hast es nicht verstanden. Also anscheinend schon. Ja, ich weiß nicht. Das ist das Problem, wenn ich versuche, was zu erklären, aber mit meinem Gehirn eigentlich schon bei was anderem bin. Das kenne ich. Deswegen kommt bei mir immer so ganz viel Ding ins Kirchen vor. Ja. Bei mir sind das die Sprechpausen, die ich dann mache, weil mir dann das Wort nicht einfällt, was ich sagen muss. Will. Wie auch immer. Kann ich nachvollziehen. Aber das finde ich lustig, dass du in den Stichpunkten redest. Ja, okay. Das kann man... Ich glaube, das machen aber viele Menschen. Damit der Interpretationsspielraum größer ist. So, die erste häslige Fabrik ist schon mal weg. Mhm. Ach, ich muss noch hoch auf die höchste Klippe. Da war ich noch nicht. Immer noch nicht. Weil das zählt nicht, wenn du im Singleplayer im Creative da hochfliegst. Okay. Du hast ja auch nicht die riesengroße Warnmeldung durchgelesen, die da angezeigt wird. Im Creative. Was für eine riesengroße Warnmeldung. Wenn du einen Speicherstand erstellst und dann Creative auswählst, kommt eine Warnmeldung, dass alle Achievements deaktiviert werden, wenn du diese jetzt auswählen wirst. Oh. Nein, habe ich mir nicht durchgelesen. Habe ich mir gedenkt. Au, ich habe noch was anderes gesehen. Eben gerade rausgefunden, als ich unterwegs war. Drück mal Q. Ja. Nee, nicht Q. Sorry, Tab. Ja. Geh mal auf den Beton. Halt deine linke Maustaste gedrückt und zieh den in dein Inventar. Oh. Leider funktioniert das nicht wieder zurück. Ja, das habe ich gerade gemerkt, weil jetzt ist der Beton weg. Ah, nee. Durch Erforschen des Manuellen. Okay. Muss man doch händisch. Äh, müssen wir noch erforschen. Okay. Äh. Oh, fest. Wenn Stinky versucht, sich auszudrücken, wird sie zu Patrick von Spongebob, meine geistige moralische Mechanismen, äh, warte, warte, warte. Meine geistigen moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Daran musste ich aber auch gerade denken. Das hat gerade so viel gesagt, während ich nichts gesagt habe. Oh mein Gott. Und dann fällt die Milchtüte um. Das Schlimme, das muss ich jetzt prüfen, ob ich jetzt völlig bescheuert bin. Das musst du nicht prüfen. Ja, bist du. Erstausstrahlung, Spongebob, Deutschland. 26. August 2002. Wusste ich's doch. Damit, äh, damit sind mein Bruder und ich aufgewachsen. So halb. Weil der lief immer nachmittags, wenn wir genau aus der Schule gekommen sind und, äh, uns ne Pizza gemacht haben, mussten wir ja Fernseh gucken, weil ohne Fernseh gucken und Pizza essen ist kacke. Und dann lief immer Spongebob. Hm. Fabi, das find ich gut. Ich fühl mich irgendwie gemobbt. Das müsstest du jetzt eigentlich auch laut vorlesen. Mal gucken, ob sich das ein zweites Mal umfällt. Ihr seid doof. Tja. Kann ich die Kupferblechstrecke zur Munitionsfabrik schon mal abreißen? Äh, ja. Uh, Glück gehabt. Oh. Wow. Ja, ich hab dich auch lieb, Fabi. Äh, Fabi, aus welcher Kategorie Emotes kommt das? Ist das, äh, Seven TV oder... ...was anderes? Channel Emotes? Okay. Weil die werden in Shattery noch nicht angezeigt, aber zig andere Emotes werden angezeigt, deswegen wollte ich gerade mal fragen. Dann verschwinden jetzt nämlich auch langsam die Förderbänder, die hier einfach durch die Luft fliegen. Ja, sorry. Ach du, kein Vorwurf. Aber bei mir wird alles Mögliche gezogen. Oh. Wieso wird in Keg W nicht angezeigt? What's the hell? Investigation Channel Emotes, Keg W. Ach, weil das von Frank'n Fraser kommt. Heißt das nicht Frank'n Faisy? Äh, vielleicht. So, also die Eisenplatten und so, die kann ich auch alle schon wegreißen, ne? Eisenplatten, Stangen und... Jo. Punkt. Nur Eisenplatten und Stangen, so. What's the Frank'n Faisy? So, Shattery. Der einzig Wahre. Kann ich das hier... Accounts, nee. Hacknames, auch nicht. Commands, Highlights, Ignorant, äh. External Tools. Image Up. Was ist denn die Kacke? Ich will doch nur... Ah, Emotes. Das ist an. Ja, egal. Ciao, ciao, Korbi. Tschüss, Korbi. Wow. Ich werde hier artillerietechnisch angeschossen, aber ich habe mich nur gewundert, was dieses nervige... ist... Tja. Out of reach. oh mein gott also wenn chat arena das nicht unterstützt gibt es noch fork der 7 tv div der ist mainly für surfrave aber auch andere für die chat arena einfach nicht angenommen wurden link also interessanterweise die von 7 tv werden eingeblendet nur von dem guten frank nicht ja wohlgemerkt aber die browser extension funktioniert ohne probleme komisch kann ich mir irgendwann mal guckern Wenn du gleich hier hochkommst, sieht es einfach komplett anders aus. Okay. Let me have a look on the bright side of life. Vielleicht habe ich die Kacke auch seit Ewigkeit nicht geupdatet. Und ich weiß nicht, seit wann die, ne, ich habe die aktuelle Version, okay. Es könnte vielleicht auch dran liegen. Dass wir hier, ähm, äh, dass das der Dingsons-Chat ist. Aber bei mir werden die richtig angezeigt. Ja, bei mir, ähm. Obwohl, ne, Moment, bei mir werden die in OBS richtig angezeigt. Ob sie woanders richtig angezeigt werden, kann ich hier, Moment, eine Sekunde. Ja. Das war's für heute. Ach so, okay. Ja, entschuldige. So, hier oben ist noch ein bisschen Fabrik. Was wird denn hier hergestellt? Ach so, die KI-Begrenzer. Hast du dafür schon eine Fabrik? Ja. Wunderbar, dann können die auch weg. Haben wir eine Fabrik, wo Turbodraht hergestellt wird? Äh, ja. Da oben drauf, wo du das Blech abgerissen hast. Ich dachte vielleicht noch irgendwo anders. Ja. Also kann ich's hier wegmachen? Ja, ja, kann's wegmachen. Das hab ich da nur lang geführt. Okay, ich glaub, ich weiß, woran es liegt. Ich überhase. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Wieso funktioniert die Kacke nicht? Ich glaube dann löscht du die Chat von Mani, kann das sein? Warte mal. Löscht mal Test. Löscht die sogar in meinem Chat. Ist ja übel. Ach, dann gilt die Moderation dann auch für beide, ne? Ja, gehe ich davon aus, ja. Ja, ich denke mal, aber das liegt daran, ähm, wirklich, weil wir hier das, äh, Stream together haben. Ah, das müsste doch bei mir auch funktionieren, ne? Ja, ich glaube die Rodion. Ja, ich denke mal, wie ich mir bin. Ja, ich denke mal. Ich hab dich in meinem Chat getimedoutet, das musste man doch mal ausprobieren. Wie gemein ist das dann einfach random bei dem anderen, wenn man den nicht so ganz leiden kann, die ganzen Zuschauer einfach timeouten. Ja, ich muss mal gucken, wenn ich dein Browser-Fenster offen hab, werden die ganzen Frankenface-Sachen angezeigt. Das heißt doch so. Ja doch. Du hast recht. Ja, die werden alle angezeichnet, nur bei mir nicht. Das war mich fertig, echt ey. Ja. 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 Vor allem, ich hab hier das komplett an. Ja. 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 so und du du denkst jetzt ich kann meine rohtouren und verstärkte rahmenfabrik jetzt weg machen ja verstärkt verstärkte rahmen haben wir schon in der im upload das einzige was du vielleicht machen könntest noch wenn du die abgerissen hast zu deiner motorenfabrik fahren und da einmal gucken ob du die wie heißt es gleich noch die motoren abzwacken kannst genauso wie die star toren genau weil die motoren haben wir schon da würde ich sagen machst du einfach nur eine buffer irgendwo in deine produktion rein bevor es weitergeht zum beispiel in die motorenfabrik und ja ich habe den falschen rucksack an ich hatte unfassbar glück auch mit ein hp überlebt nein ich habe rechtzeitig zweimal leertaste gedrückt als er gerade noch strom bekommen hat oh ja kenne ich funktioniert echt gut damit du das vielleicht oder wenn das öfters passieren sollte es funktioniert unglaublich gut einfach leertaste gedrückt halten wenn man dann in die nähe einer stromquelle kommt fängt er einfach an wieder zu fliegen also wenn du gerade runter fällst oder so okay Was ist denn der Rutz? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss mir eigentlich mal Gedanken machen, wenn meine eigene Twitter-Timeline langsam zu einem Vodafone-Hatetrain mutiert. Nun, ich weiß nicht. Vielleicht. Brauchst du dir keine Gedanken machen. Du bist wie jeder andere von uns. Es passiert einfach mit Vodafone in Kombination. Ich glaube, da ist bei jedem die Twitter-Bubble ein Hey-Train. Und ich kann da aus Erfahrung leider sprechen. Das Schlimmste, was Kabel-Internet jemals passiert ist. Das Schlimmste, was Kabel-Internet jemals passiert ist. So, Rot-Touren und Start-Touren werden auch aufgeladen. Nice. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. Oh, Vodafone mit Wochenende-Kombination schiebt anders. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, damit habe ich zum Glück noch gar keine Erfahrung gemacht. Sei froh. Also, was wirklich Internet angeht ist Vodafone mit der letzte Scheiß. Vor allem, dann kriegst du eine Mitteilung von denen. Uns freut es ihnen mitzuteilen, dass wir ihr Problem lösen konnten. Was? Das Problem ist nur noch schlimmer geworden. Ich wollte gerade sagen, das Problem war nicht gelöst, oder? Nee. Es ist nur... Es hat sich selbst verschlimmert. Hm. Du hast ja auch nicht bei Vodafone und du hast ja auch kein Kabel-Internet. Ja. Also, sei froh, dass du diese Pein nicht kennst. Aber ich muss noch dafür sorgen, dass meine Firma in meiner Straße Glasfaser verlegt. Ja, da bin ich so heilfroh, dass ich jetzt auch Glasfaser habe. Ich meine, ich bin literally dafür zuständig, dass es dann gebaut wird. Weil das mein Job ist quasi. Aber hier muss halt komplett Haupttrasse hergelegt werden. Ja und? Ja, wir haben gewisse Ausbaugebiete und wir liegen halt genau am Rand von einem und leider außerhalb. Das finde ich auch so eine Schweinerei, die kriegen so viel fucking Fördermittel. Ja, ich meine, irgendwann wird es bei uns gebaut, aber wir arbeiten nach Clustern, also erstmal festgelegte Bereiche, die zuerst quasi ausgebaut werden, wo halt viele Wohnhäuser sind und wo vorwiegend, überwiegend junge Leute wohnen. Und naja, also der Altersdurchschnitt meiner Siedlung liegt bei, keine Ahnung, 80 oder so. Was? Und da ist halt die Chance, dass Leute das buchen, relativ geringen. Ja, kann ich. Also, ähm, ich habe hier im Haus einen Glasfaseranschluss bekommen, weil ich den gebucht habe, also angefragt habe. Alle meine Nachbarn hätten kostenfreie, äh, Glasfaseranschlüsse inklusive, äh, Verkabelung bekommen, inklusive, äh, der Basistarif für Glasfaser wäre günstiger gewesen als der Basistarif bei Vodafone in diesem Fall. Mhm. Rat mal, wie viele Leute von sechs Parteien in diesem Haus einen Glasfaseranschluss haben. Nur du? Ja. Selber schuld. Dummheit muss bestraft werden. Ja, und dann bist du draußen von deinen Nachbarn angesprochen. Du kennst dich doch so gut mit, äh, Internet und so weiter aus, ne? Äh, irgendwie, äh, in der letzten Zeit funktioniert mein, äh, hier, wie heißt das, irgendwie irgendeine blöde Mediathek oder so nicht richtig. Du denkst dir so, alter, what the fuck. Hm. Ja, dann starte ich da und hab gesagt, ja, äh, äh, letztes Jahr hätte ich dir weiterhelfen können, dieses Jahr leider nicht mehr. Selbstgemachtes Leid. So, hä, warum das denn? Ja, also wärst du zu dem Anbieter gegangen, den ich empfohlen hab, wo hier auch überall Glasfaser, äh, gebucht worden ist, ähm, dann hättst du jetzt nicht diese Probleme. Äh. Äh. Ja. Ja, CDF oder ARD Mediathek, irgendwie so ein Rotz. Ähm, ja. So, ist, äh, du bist ja noch mal so. Das Problem ist das Überbuchen der Leitung, das kann man nicht lösen. Außer man nimmt verflucht viel Geld in die Hand. Und, ja, das einzig Gute war, dass man bei Steam mega schnell mit dem Gigabit runterladen konnte. Aber du wolltest ein YouTube-Video gucken und dir erstmal 14 Stinkefinger ins Gesicht gehalten. Da war es einfacher, das Video bei YouTube runterzuladen, in 4K, als es über das Handy zu gucken. Oder Tablet, Fernseher, was auch immer. Bei uns wurde das Glasfaser bis in den Keller gelegt, aber nicht angeschlossen, weil keiner die Leitung ins Haus gebucht hat. Kannst nicht zahlen, den Mist. Ach, ja. Ach, das geht bei uns. Ich glaube, äh, also ich würde für Glasfaser, für 300, 300 MBit, glaube ich, würde ich weniger bezahlen, als ich jetzt aktuell bei der Telekom bezahle. Und dann würde ich, also, ne, da ich da arbeite, wahrscheinlich nochmal einen günstigeren Tarif kriegen, aber... Mhm. Ja, also ich würde auf jeden Fall weniger bezahlen, als ich jetzt für eine schlechtere Leitung bezahle. Äh, same here. Ich habe zwar nur... Äh, ich habe, ähm... Ich habe 500 MB Leistung verloren. Aber, ähm... 40 Jahre an Nerven wieder gewonnen. Und es ist so viel besser geworden. Alleine, du willst dir ein Video angucken, und das muss man sich mal vorstellen in der heutigen Zeit. Du willst dir ein Video angucken, und du musst warten, dass es puffert bei dir zu Hause, weil deine Leitung so schlecht ist. Mhm. Ja, der Gigabit hätte 80 Euro im Monat gekostet, für nichts und wieder nichts. Für mal zwischendurch ein, ähm, Video runterladen, ist das ein bisschen hart sinnbefreit. Also fand ich in meinem Fall zumindestens. Ich muss gleich auf jeden Fall die ganzen Lagercontainer noch einsammeln. Ach, die ganzen Truhen auf dem Boden. Mhm. Äh, Empfehlung des Hauses. Äh, mach dein Inventar in irgendeine große Kiste rein, und dann läufst du los damit die ganzen Lagercontainer ein und schmeißt dann alles in den Schredder rein. Ja, das Problem ist gerade, dass der Schredder gut zu tun hat. Ja, und? Ja, das, also ich weiß nicht, ich konnte jetzt noch 50 Ebenen an Kisten oben auf den Schredder drauf klatschen, aber... Ja. Ja, ich nutze meine Leitung schon ordentlich. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich wüsste aktuell nicht, wofür ich sie nutzen sollte. Deswegen habe ich mich halt dafür entschieden, äh, eine Nummer kleiner zu gehen. Aber, ich habe schon nachgeguckt, ähm, wenn ich das machen wollen würde, ähm, könnte ich mir auch noch den Business-Tarif, äh, buchen. Und hätte einen 2,5 Gigabit-Anschluss mit einem Gigabit-Upload. Der kostet aber 300 oder 400 Euro im Monat. Oh. Mhm. Da habe ich dann für mich entschieden, ähm, das wäre sehr unverantwortlich von mir, sowas umzusetzen. So. So, mal gucken, wie weit das Lager sich hier lebt. Ich lade im Monat halt um die 3 bis 4 TB runter, hin und wieder mehr. Was zur Hölle? Warum? Nein, das wollte ich nicht schreddern. So, Online-Monitor, Online-Zähler. Aktueller Monat. Bei mir ist nur maximal 100k verfügbar, ja, bei mir auch. Äh, Daten-Horder und Home-Server. Ja. So. Empfangen. Ja. Ich habe jetzt 600 Gig gedownloadet. diesen Monat. Diesen Monat. Ah, okay. Das kann ich verstehen. Hm. Das läuft bei mir aktuell noch manuell. Indem ich einmal im Monat, äh, die externe Festplatte zu meinen Eltern bringe. Aber das wollte ich auch noch mit einem Relay-Server machen. Ein Upload geht hoch in eine, äh, in eine Cloud und die andere Upload geht zu einem NAS-Speicher bei meinen Eltern. Ja. 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 So. Ja. Ich habe meinen Rootserver, der stündlich Backups auf eine Storage-Box macht. Selber Anbieter, anderes Rechenzentrum und dann einmal an einem Tag inkrementell zu mir aus NAS. Ja, sowas wollte ich auch machen, nur dass ich nichts Externes habe aktuell. Also gerade der Storage läuft bei mir zu Hause auf einer NAS mit 20 TB oder sowas. Und der Server, auf dem wir gerade zocken, da mache ich hier Situations-Backups. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Mani einen Spielstand zuschicke, was nach jeder Session eigentlich ist, wird das Ganze auch nochmal gebackupt. Und der Server selbst wird auch gebackupt. Also, ja. Das lukt schon. Ich muss mal eben wieder eine Stromverbindung herstellen. Ich habe mir gerade selbst meine Flugkünste weggestrichen. Oh, das ist schlecht. Ja, so optimal auf jeden Fall. So kann man es auch nennen. Mache ich jetzt eine Fabrik mit, Moment. Zehn Raffinerien für Turbotreibstoff. Oh gut, ich glaube, ich habe irgendeine Verbindung gekappt, die ich nicht hätte kappen dürfen. Wahrscheinlich. Ja, sehr sicher. Oh, warte. Jetzt habe ich eine... Das ist nicht so gut. Weil ich nicht weiß, welche ich gekappt habe. Ich schließe einfach irgendwo ran den großen Tower wieder an. Also die, äh, Strom-Dinger. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Warte, da ist Strom drauf. Jetzt verbinde ich das hier mit und jetzt sollte ich hier auch wieder alles Strom haben. Ach so. Ja, okay. Die Game Session ich hier ganz günstig gratis per Google Drive und Sync-Link synchronisieren. So habe ich das damals mit ein paar Kollegen auf dem Minecraft-Farming-SIM-Modus gemacht. Äh, wenn da Mod-Updates gab. Äh, ja, könnte man machen. Ähm, ich, äh, baller die einfach zu Discord rüber. Also ich ziehe es dann da einfach rein. Weil ich mir den eh runterladen muss für, ähm, für die interaktive Karte. Und dann im gleichen Zeitraum schenke ich das dann einfach Manie zu. Ich bin mal kurz auf K. Ja, ich wollte auch gleich gehen. Ja, sorry. Äh, und, äh, Peanut, Glückwunsch. Ähm, ich hätte ja jetzt gesagt, äh, ich würde dir Feuerwerk hochschieben, äh, hochschießen. Aber ich glaube, das ist nur zu Neujahr verfügbar. Deswegen, ähm, kriegst du einen Slow-Clap. Ja. Geil. Also hast du das Spiel jetzt durchgespielt und kannst jetzt eigentlich nur noch, äh, Maschinenoptimierung betreiben. Und ich würde jetzt aber auch nochmal eben fix auf Klo laufen. Ja, lieber 10 Stunden so eine Lösung realisieren, nur um in der Zukunft zwei Minuten zu sparen. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, ja. Ja, würde ich aber genauso machen. Wie gesagt, ein guter Informatiker ist absolut faul und würde diese Zeit dann investieren, um danach nie wieder damit zu tun, äh, zu tun haben zu müssen. Äh, nun, es fehlt noch die, ähm, die MAM und der Space Elevator. Und, ah, okay, da gibt's nochmal Teile. Okay, 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 okay. Dann hast du ja doch noch reichlich zu tun. Naja, ich bin aber eben auch mal ganz kurz auf Klo. Und dann, äh, sehen wir uns gleich wieder. Und werden hier wahrscheinlich nochmal 10, ähm, Raffinerien bauen für Turbo-Treibstoff. Und, ja, also, sehen wir uns gleich. Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Okay, das passt Und das passt auch, okay Okay Hier lassen wir dann einfach den lang fahren Und das passt auch, okay 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 Also 172 durch 7,5 Und das passt auch, okay 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 Dankeschön Und was hast du getrieben? Äh, ich hab kurz mit Jackie gequatscht und äh, sie ist jetzt schlafen gegangen, hab ich noch gute Nacht besorgt Oh Kann man mal machen, ne? Jo Achso, mit dem Gespräch, nee, also gute Nacht sagen will ich dir jetzt nicht Ja Dann, ja warum denn nicht? Ja, ich muss hier noch Fabriken abbauen Ja Also, für's gute Nacht sagen hab ich jetzt echt keine Zeit mehr, also irgendwo muss ich jetzt auch mal So, irgendwo ist auch gut, ne? Ja, 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 oh, das wär jetzt auch böse Ja, das Schlimme ist, dass das Material alles auf Lager ist, okay Ich glaube, ich brauche einen Bauzug. Ja, den kannst du dir ja zum Glück einfach bauen. Ha, verstanden? Bauzug. Ja, den kannst du dir ja zum Glück. Ja, den kannst du dir ja zum Glück. Jetzt hier abstürzen wäre halt auch schon hart kacke, ne? Ja, das hatte ich schon in mehreren Situationen, wo ich mir einfach nur so dachte, noo. Ja. 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 Okay. Ja. 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 verstanden hier unten liefen förderbänder her ach so nee das war richtig okay gut sind die ganzen lagerkisten ja no oh nee Intelligent? Doch, nö, doof ist viel einfacher. Ja. Tja. Ich kenne leider das nur auf Englisch. Äh, stupidity is a blessing. Mhm. Oh, das gibt es auch mit, glaube ich, Ignoranz. Ah, oh Gott. Ich spiele so ein Racing-Game, aber auf einem Server, der mehr so Cruise ist. Also zum Gechillt-Fahren, da gibt es auch Mods und so, die echte Autos nachahmen und die man sich kaufen kann. Wenn man in-game durchfahren genug Geld verdient. Naja, ich kaufe billige Autos, die kurz vor Totalschaden stehen und vermiete die bis die 0% Haltbarkeit haben. Dadurch verdiene ich, mich dumm und dämlich, 250 Euro pro Auto, 2000 bis 4000 durch Vermietete. Oh, wow. Nun. Echtgeld oder einfach nur In-Game-Währung? In-Game-Währung. Hoffe ich. Weil alles andere wäre schon wieder so fragwürdig. Klar, Echtgeld. Hey. Ein Kollege von mir, der war mal zwei Jahre arbeitslos, hat aber kein Geld vom Staat bekommen und hat bei Minecraft-Servern Ränge verkauft. Also, und brauchste seine Wohnung nicht mehr verlassen, weil er einfach durch die Ränge so viel Geld bekommen hat, dass er über, äh, hier, Tiefkühl, Bofrost, äh, äh, über Bofrost, äh, sein Essen gekauft hat. Und ja, dann irgendwie mal so ein Jahr lang die Wohnung nicht verlassen. Bei Rewe Einkauf bestellt und bei Bofrost Tiefkühlsachen und Amazon und, ja. So, mein Max-Strom-Verbrauch ist über Produktion. Oh. Das ist schlecht. Und darum bin ich mit 17 Jahren schon in Rente gegangen. Okay. MC-Ränge-Klassiker. Oh, ja. Äh, nee. Der heißt nicht Fabi. Außer der kommt irgendwo aus Norddeutschland, ähm, dann könnte er es vielleicht sein. Aber soweit ich weiß, heißt er nicht Fabi. Okay. Ja, okay. Ja, äh, nee. Äh, der kommt aus Norddeutschland. Und. Ja, okay. ich habe ich damals versprochen ich habe dem noch aufs maul versprochen das versprochen wird auch nicht gebrochen ich brauche nur noch mal einen guten grund wieder nach köln zu fahren gamescon karneval da gibt es bestimmt irgendwo mcdonald's ansonsten kommst du mich halt besuchen oder das aber gewalt ist keine lösung aber ein guter weg es muss anders gemacht werden wie das kind aus aus den usa gab es letztens ein zeitungsbericht drüber der wurde von seinen mitschülern gemobbt also damit hier eben seine einzelnen von den mobbern mit deren müttern hat er dann geschlafen von fünf leuten also der hat den spruch ins leben geweckt ja gut das habe ich mir nämlich gedacht ja da war nur letztens wieder ein bericht deswegen komme ich drauf so peanut bietet sich sonst an wenn wenn das schnell erledigt werden muss weil eine stunde autofahrt da gibst du ihm 20 euro und hat er sein sprit oder die bahnfahrt karte drin wahrscheinlich und dann was aber auch lustig ist was man auch gut machen kann ist oh ja warte ich muss ganz kurz was ja ihr kommt einfach beide und besucht mich der eine kann mir dann morgens brötchen bangen und der andere bekocht mich den restlichen tag tschuldigung jetzt darfst du wieder anstatt dass sie sich auf euren besuch freut ist es eigentlich nur sie kriegt gratis essen naja gratis nicht ich würde ja dafür bezahlen also das essen nicht das machen aber ja das daran musste ich auch gerade denken ach was ich erzählen wollte es gibt im körper des menschens punkte wenn man die zu mit einer zu starken kraft berührt wie zum beispiel ein faustschlag kann das epileptischen anfall auslösen weil die nervenbahn einfach überreizt ist und dann machst du ein video dann machst du ein video davon gehst damit zur polizei wie der am zucken auf boden ist und sagst du hast ihn so vorgefunden den kennst du der behauptet immer der hat keine epilepsie da muss man wirklich aufpassen mit dem auto der wollte jetzt wieder durch die gegend fahren ähm und dann wird ihm der führerschein weggenommen wie er auf verdacht von epilepsie und dann muss er eine mpu machen damit er den wieder zurückbekommt funktioniert sonst auch mit koks und energydrinks falls euch das interessiert machen wir so kostet in zukunft äh jeder angefangene tech support stunde 16 euro abgemacht nur 16 euro das kann ich doch nicht mehr machen 16 euro ist aber ganz schön günstig aber fabi also da kannst du dich echt äh froh schätzen dass er nur 16 euro will dann frage ich dich halt einfach nicht mehr so so äh oh oh sorry äh so na das ist schon ein welchen her aber das will ich selber machen ok statur wie ein stock ok äh statur wie ein stock ok ähm da musst du auf deine knöchel aufpassen weil da kannst du eher knochen treffen und das ist dann nicht so gut wenn Knorpelgewebe da drauf trifft da würde ich dann eher entweder mit der handkante oder ähm wenn du deine faust richtig anspannst äh kannst du mit diesem bereich hier ähm streicheln äh ok weiß was machen wir so dafür kostet zu ok nur 16 euro glaub mir bei ihren problem verdiene ich 19 euro ei nein ich war ich war grad n bisschen verwirrt weil ich nehm 30 pro stunde ihr seid alle doof aber bei mir liegt das eher da dran dass ich keinen bock auf die leute hab ik dann einfach einen übelst teuren Preis raushaue. Also eigentlich, was ich für meine Freizeit selbst berechne. So, Zeit für Gewalt genug, sucht ich's Factory. Was war das hier für ein Förderband? Egal, ich reiß es ab. Peanut, viel, viel Spaß dir bei dem Zerstören und Mäucheln der Tyraniden und ich hab ein Video gesehen, wo erklärt wird, was ein Dreadnought ist und wie ein Dreadnought hergestellt wird. Äh, ich denk nur WTF und das andere war, äh, die haben gezeigt wie, äh, diese kleinen Engel in Space Marines hergestellt werden. Und da gab's irgendwie ne Szene, das hat der auch erklärt und das ist auch nur WTF. Das ist richtig krank, also das, ja, besonders das mit dem Baby fand ich krank. Äh, ja, das ist definitiv, äh, okay, die haben normalen Menschen genommen, denen drei Herzen und drei Lungen eingepflanzt oder sowas, ne? Ja, also das ist genauso bescheuert. Aber das mit dem Preis kann ich nachvollziehen. Jedes Mal, wenn mir jemand von Stream, äh, ein Disco-Team schenkt und nach Hilfe fahrt, kippt erstmal auf Paypal Link als Antwort. Hehe, 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 ja, selbstverständlich. Also, und ich werd auch, ähm, äh, äh, wenn es sich um absolute Dummheit handelt, verlange ich auch mehr Geld. Also sowas wie, ähm, meine Maus funktioniert nicht und die, ich muss nur die Batterie austauschen. Für sowas würde ich richtig Geld verlangen. Also da wären wir dann irgendwie bei 50, 60 Euro für fünf Minuten Arbeit. Weil das ist, sonst wirst du noch wegen jedem Scheiß angerufen. Und, äh, es gibt aber Ausnahmen, äh, wenn mir die Sachen Spaß machen, also dass wirklich irgendwas ziemlich bescheuert lustiges ist, äh, würde ich da sogar, äh, das komplett kostenlos machen. Und Familie Ersten Grades wird auch immer gratis behandelt. Okay, wir haben jetzt schon zwei Coupons, ähm... Nur aus Trash? Ja. Hahaha. Und wir brauchen relativ viele, äh, Tickets, äh, viele Shredder-Sachen, damit wir überhaupt Tickets bekommen. Mhm. Wir machen gerade 212.000 Punkte pro Minute. Ähm, ich hab, äh, ich hab, äh, es sind aber noch andere Automaten angeschlossen, ne? Ja. Ja. Deswegen, die Punkte werden überall zusammenge... äh, zusammengezählt. Ja, 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 ich weiß, dass das nicht nur von hier ist. Ah, okay, gut. Aber es ist, als ich das angeschlossen hatte, schon mal ganz gut hochgegangen nochmal. Sauber. So, äh, am besten sind die Bolter, ein Sturmgewehr, was panzerbrechende Geschosse mit Raketenantrieb verschießt, die, äh, die im Ziel explodieren und so groß sind wie Red Bull-Dosen. Ja, das Video hab ich, glaub ich, auch gesehen, wo der die, die Waffe, äh, erklärt hat. Ich mach gar nichts mehr. Alles war auf gegenseitiger Hilfe angedacht. Ich hab mit meinem Umzug, äh, alleine da gestanden. Ja, kann ich verstehen. Ja. Ähm. Also, es kommt drauf an. Es gibt, ich sag mal, drei Leute, da würde ich noch beim Umzug helfen und sonst eigentlich niemanden mehr. Aber das liegt eher dran. Äh. Dass ich vermute, dass meine Familie nicht mehr umziehen wird, außer mein Bruder und das ist einer davon. Also, mein Bruder, mein bester Freund und meine beste Freundin. Bei denen helfe ich, dem Rest, äh, die können mich am Arsch lecken. Das Schlimmste, was ich bis jetzt hatte, war beim Umzug, ähm, ich helfe damit, bin acht Stunden am Knüppeln und Knechten, fahre noch mit meinem Auto durch die Gegend und transportiere, ähm, hier, wie heißt der Scheiß, äh, Umzugskartons. Und dann soll ich meine Pizza noch selber bezahlen. Bitte was? Ja, das war dann auch so, äh, Mittelfinger gezeigt, ja, ins Auto eingestiegen und weggefahren. Ähm, mit dem habe ich jetzt auch keinen Kontakt mehr. Hä? Weil das war... Was ist das denn für ein Arschloch? Ne, ja, genau, das dachte ich mir da in dem Moment dann auch. So, äh, Fabi, ich feiere halt die Antwort von denen immer. Aber du bist doch Mord und du musst doch helfen. Ich muss gar nichts. Nichts muss ich. Na, wenden. Na, wenden. Na, wenden. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, also ganz ehrlich Fabi, da hätte ich hinten und vorne keinen Bock mehr drauf. Da würde ich, ich würde es, ich glaube ich würde in dem Fall sogar meinen Tag verstecken irgendwann, weil ich da keinen Bock mehr drauf hätte. So, der schlimmste Umzug, den ich hatte, war von meiner ehemaligen besten Freundin. Ich habe alles was alleine gepackt mit einem Kumpel, weil die dann rauchen gegangen sind die ganze Zeit. Ja, das verstehe ich auch. Was viele Leute glaube ich nicht schnallen, ist, dass du deine Arbeitszeit, nicht deine Arbeitszeit, sondern deine Freizeit verschenkst. Und wenn man das mal hochrechnen würde, ich nehme jetzt, das ist jetzt nicht mein Stundenlohn. Ich verdiene mehr, aber das nehmen wir jetzt einfach mal, weil es einfach zu rechnen ist. Wenn du sechs Stunden bei denen mithilfst, sind das 150 Euro bei 25 Euro Stundenlohn. Dann da noch irgendwie 30 Euro Sprit drauf, sind wir bei 180 Euro. Also fast 200 Euro und dann regen die sich auf, weil du die Pizza nicht bezahlen möchtest für 12 Euro. Und zu trinken musstest du die auch noch selbst mitbringen. Also, ja. Ich habe da einen dezenten Ausraster geschoben. Ich hasse Menschen. Hm. Hey, und bei den anderen, bei meiner besten Freundin habe ich beim Umzug geholfen. Äh, das ist wie folgt abgelaufen. Äh, die sind innerhalb, äh, Oldenburgs umgezogen. Und das ist eine knappe zwei Stunden von mir weg. Ja. Die ist morgens um vier aufgestanden, ist hier zu mir nach Hause gefahren, hat mich eingesammelt, hat mir auf dem Weg bei McDonalds einen Kaffee geholt. Wir sind dann, äh, nach Oldenburg gefahren. Ich habe acht Stunden da mitgeholfen. Und, äh, ich bin dann zwar mit anderen Leuten nach Hause gefahren, aber allein die Tatsache, dass sie mich hier abgeholt hat, obwohl die halt andere Probleme hatte, äh, spricht dann schon für sich. Was denen die Hilfe dann wert ist. Ja. So. Ja. So. Boah, Peanut, das ist, das ist noch räudiger. Ich habe auch noch den Transporter und Hänger besorgt und Fahrer. Boah. Ich verstehe so Menschen nicht, weißt du, die Fragen nach Hilfe, dann benehmen die sich halt wie die letzte Sau. Ja. Verstehe ich es nicht. Und sowas schimpft sich dann irgendwie, Freunde. Ja. Ja. Nee. Ich bin auf Stream-Elements, Discord halt Supporter, Champion, besserer Supporter, der sich auch um große Streamer kümmert und Moderator. Die Leute finden mich immer irgendwie keckwe. Ja, keine Ahnung. Also, für mich wäre es eine Ausnahmesituation, wenn es zum Beispiel sowas wäre wie, ähm, du bist der einzig öffentlich genannte Moderator, den es für Stream-Elements in dem Fall geben würde. Dann könnte ich das eher verstehen, als, äh, wenn es sogar einen ganzen Support-Channel gibt, ne? Aber so, what the fuck? Meistens gibt es ja wirklich für alles irgendwelche Ticket-Systeme oder halt in dem Fall irgendein, wahrscheinlich, Discord-Channel, wo du, äh, Informationen herholen kannst oder Support-Files auch machen kannst. Also. Aber hinter den Kulissen lachen wir uns auch last up. Die SEA-Mitarbeiter sagen auch nix. Privat-Support kostet nun mal. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, bei mir kommt es drauf an. Ich glaube, bei dir auch. Wenn jetzt Mani zum Beispiel eine Frage zu Stream-Elements hat, würdest du die wahrscheinlich eher erklären, weil es halt doch eher Privatleben ist als wirklich freiwillige Arbeit, in dem Fall, würde ich jetzt sagen. Aber irgendeinen Wildfremden, der dich auf Discord anschreibt, das wird mir noch nicht mal im Leben einfallen. Da versuche ich eher mein Problem erstmal selber zu beheben. Ja, und offensichtlich kriegen das sogar die Leute nicht hin. Also bevor ich jemanden frage, google ich halt erstmal. Und wenn ich dann wirklich nicht weiterkomme, dann muss halt Fabi helfen. Ja, kann ich völlig verstehen. Aber dann auch selbst auf die Idee kommen... Ja, ich hätte ja mal im öffentlichen Chat nachfragen können. Hat selbst die Antwort gefunden. Wahrscheinlich ist das dann so, die Frage gestellt, in dreieinhalb Millisekunden kriegst du siebzehnmal die Antwort, weil das ein völlig absurd einfacher Fehler ist, der auf Fehler 40 zurückzuführen ist. Für Sticky mache ich sogar Beta-Stream-Elements-Dinge. Klar, wie damals ist E-Pay für bessere Donation-Konditionen. True. Fettanwirtschaft also. Was? Nein. Nein, nein, nein. Das verstehst du falsch. Okay. Naja, alles gut. Du warst jetzt in letzter Zeit noch nicht bei der Base, bei uns, oder? Nee. Okay, gut. Bleib auch noch ein bisschen fern. Ja, ich sehe bei dir nur andauert irgendwas Orangenes durch die Gegend fliegen. Ja. So. Äh, so, ich will dann auf Stream eine Consumption... Und die Härte war, die Sachen waren bei uns in der Scheune zwischengelagert. Och, ey, ich hasse Leute. Aber hinter denen lachen wir uns auch erst ab. Die SE-Mente sagen wir auch nix Primo. Ja, vor allem dann ist dieses... Du hast ja am Ende als Supporter oder was auch immer auch noch doppelte Arbeit damit. Du musst ja am Ende das Problem oder das Ticket auch noch erfassen, wenn du das über einen Discord-Kanal erledigt hast, damit das irgendwo dokumentiert ist, was der Lösungsweg zum Beispiel war oder, ähm, dass da überhaupt eine Anfrage zu kam. Dann hast du doppelte Arbeit, obwohl der hätte vorher das komplette... Ja, ja. Menschen! Ja. Es gibt Support-Channel auf Englisch, wo auch Mitarbeiter unterwegs sind, die... ...deutsche Suche, ob der Basic nur von mir behandelt wird. Und auch ein Ticketsystem, bei dem... ...bei dem du nur von Mitarbeitern eine Antwort bekommst. Dauert länger, weil viele Tickets da beantworten kommen, safe. Ja, kenn ich halt auch. Ich bin Teamleiter eines Supports, deswegen rege ich mich da gerade noch ein bisschen extra zu auf. Ähm... Ähm, äh, für Stinky mach ich sogar Beta. Ja, das hatten wir in Wann, nur weil so damals nicht genug Follower hatten. Ach so. Ja. Meistens Probleme gab es halt schon einfach die Discord-Suche nutzen, aber selbst das ist schon... Ja. Also, ja. Bei uns ist es, ähm, ganz oft, dass die Leute noch nicht mal das schaffen. Ähm, kurze... Moment, hier wird noch was verarbeitet. Klar. Ach so. Also sollte ich die Eisenspur wahrscheinlich am besten nicht abreißen, richtig? Äh, ich glaub, da fuhr auch mal irgendwann Blech lang, da bin ich mir aber grad unsicher. Nee, in die Fabrik hier nicht. Doch. Nein. Was ist denn die unteren zwei Förderbänder? Oh, weiß ich nicht. Ich glaub, ich hab's weggerissen. Ja. Ja. Ja, aber die Fabrik kannst du auch abreißen, wenn du willst. Oh, oh. Ehrlich? Du hast kein Körper? Hm, ich glaube nicht, dass wir hier auf der gleichen Linie sind. Du siehst Lichts, wo es entstehen, Schallows, wo es entstehen, konsumen unser Blut. Ich werde weitergatheren Daten, ich glaube. Ja, gut, dann kommt die Fabrik halt auch weg. Ja. Dann haben wir hier bald alles, was so flächenmäßig aussieht. Einfach nur, wir bauen einen riesigen Parkplatz, dann ist das alles wieder weg. Ja. Und dann kann man hier schön neu bauen. Mhm. Zum Beispiel Fahrstuhlparts. Ja. Zum Beispiel. Hm. Ach fuck. Was? Ich wollte gerade sagen, du könntest ja mal gucken, was ähm... der nächste Meilenstein ähm... oder den nächsten Meilenstein kaufen. Aber dann ist mir eingefallen. Ich hab alle Tickets... Ich hab alle Tickets... Meinst du mit Tickets oder was? Ja, ja, aber ich hab alle Tickets mitgenommen. Oh. Und mit elf komm ich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig weit. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö An sich war es ja nicht viel Arbeit, weil wir ja wirklich das einfach nur hingerotzt haben. Ja, stimmt auch wieder. Ich glaube, wenn wir hinten meine Stromproduktion abreißen, wäre ich wirklich traurig. Weil das hat sehr, sehr lange gedauert. Naja, aber das ist auch eine anständige Fabrik und da wird ja jetzt nicht nur, ich sag jetzt mal, drei Turbofuel verarbeitet, ne? Nee. Oh Gott. So, und das ist ja schon Aussage genug. Ja. So, und das ist ja schon so. Äh, Zuschauer hat er noch geschrieben. Ich behandle meine Probleme erstmal selbst. Genau, mach ich genauso. Selbst bin ich der Einzige auf dem ich plane, äh, mit dem Problem. Ja. Und selbst wenn wird das Problem gelöst. Ja. Ja, ähm. Sehe ich genauso. Ich bin so ein Typ Mensch. Ich nehme verdammt ungerne Hilfe an. Also richtig verdammt ungerne. Ich nur von Menschen, bei denen ich weiß, dass sie es mir nicht böse nehmen, wenn ich nachfrage. Ja, das ist bei mir sogar, ähm, bei Menschen, wo ich weiß, dass die mir nicht böse wären. Zum Beispiel, ich habe, ähm, mein Umzug zu 99% alleine gemacht. Mhm. Nur den ein Prozent, da brauchte ich Hilfe, weil ich keine, äh, Waschmaschine transportieren konnte. Ja. Aber sonst komplett alleine, weil ich, äh, äh, sagen wir einfach, mir ist das fucking unangenehm. Mhm. Habe ich auch nur dezent Ärger von meinem Vater viel bekommen. Ja, glaube ich dir. Äh. Obwohl ich mittlerweile auf der Arbeit, also mir war das auch am Anfang immer unangenehm, um Hilfe zu fragen, weil ich Angst hatte, dass es so rüberkommt, als hätte ich keine Ahnung. Mhm. Aber hinterher habe ich mir halt gedacht, so, woher soll die Ahnung denn kommen, wenn ich was mache, was ich halt vorher noch nie gemacht habe. Ja, okay, Arbeit ist was anderes. Ähm, ich sprach jetzt, also bei mir ist es eher der private Sektor. Mhm. Wo ich eher Probleme mit habe, aber, ähm. Oh ja, privat frage ich niemals um Hilfe. Genau. Außer Jackie. Und, und halt Fabi, aber... Da wird alles erstmal versucht, selber zu regeln und nur wenn es dann wirklich gar nicht mehr geht, dann, dann werden andere gefragt, aber das kommt halt relativ selten vor. Ja. Verdammt. Boah, ich weiß aber, was noch unangenehmer als sowas ist. Hau raus. Wenn man mal Geld braucht, einfach nur, weil grad ist es blank auf dem Konto, sag ich jetzt mal, ne? Ja. Dann jemanden zu fragen, alter Schwede. Mhm. Und auch wenn es nur um so ein paar hundert Euro geht, alter. Einer auf Jackys Arbeit hat jetzt richtig die Arschkarte gezogen, deren Konto wurde gehackt und da wurden 4000 Euro abgebucht, die natürlich nicht auf dem Konto drauf waren. Heißt, sie ist jetzt fett im Minus, hat zwei Kinder. Ja, aber... Also, da ist die Bank doch schuld. Nö, die war bei der Bank, die kann da nichts machen. Hä? Die Bank hat ihr gesagt, die kann da nichts machen und hat sie wieder nach Hause geschickt. Hä? Hä? Ja. Das, äh... Glaube ich irgendwie nicht. Hm. Aber trotzdem, alter, ist das scheiße. Mhm. Ja, wenn du auf einmal eine Kontobenachrichtigung bekommst und, äh, da nur drauf steht, ähm... Ja, hier so und so viel Geld wurde abgebucht. Das Problem war, dass es an ein Auslandskonto ging und ihr das zu spät aufgefallen ist. Wohl. Angeblich. Irgendwie so, meine ich. Ja, aber... Ich, äh, ich, äh, versuche gerade nachzuvollziehen, wie das möglich ist. Aber mir kommt keine Idee. So, oh. Äh, Pipo Shai, auch wenn ich mich nicht direkt an eine Situation erinnern kann, bin ich immer... Bin ich mir trotzdem sicher, dass ich dich dafür schon mal geschimpft habe. Also im Sinne von, warum bist du nicht direkt zu mir gekommen? Ah, okay. Ja. Ja, ich kann mich da an eine Situation dran erinnern. Ja. Ja, sowas gab es da schon mal. Kann ich einigermaßen nachvollziehen? Muss ich direkt so sagen. Ähm. Von beiden Seiten. Ich bin auch, äh, so ein Typ von wegen, ähm... Ich würde es lieber haben, hätten die Leute dann direkt gefragt, ob ich da helfen kann. Und nicht, äh, lange um den heißen Brei drumherum reden oder gar nichts tun. So blöd gesagt, ne? Die andere Situation ist, äh, bei mir auf der Arbeit ist, äh... Ist meine Einstellung dazu so, dass die Leute, ähm... ...sich nicht länger als 15 Minuten mit einem Problem rumschlagen dürfen. Oder sollen. Dann sollen die direkt nachfragen. Hm. Einfach nach 15 Minuten, wenn du da schon die ganze Zeit am strugglen warst, dann kommst du auch nicht mehr auf den, äh, den, äh, Fehler oder auf die Lösung. Wahrscheinlich nicht. Außer du bist wirklich, ähm, konstant, ähm, äh, versuchen rauszufinden und, und, und. Aber das ist so eine sinnlose Zeitverschwendung. Und es ist auch so ein hartes Level von frustriert sein, ähm, da tun mir dann die Leute wirklich sehr leid bei. Hm. So, Wände. Und nach wie vor kann ich nicht nachvollziehen, wie deine Kollegin gescammt worden ist. Nicht meiner. Achso, äh, Jackies Kollegin. Sorry. Das ist... ...nicht verständlich. Außer, ähm, die hat wirklich jegliche Arten und Formen von, äh, Sicherheits, äh, Bestimmungen ihrer Bank ignoriert. Ich hab keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Weil ich, also, ich weiß nicht, ob du irgendeine Bank kennst, wo du ohne Eingabe von TAN oder Sonstiges überhaupt Geld überweisen kannst. Ich weiß es nicht. Also ich kenn keine. Bei mir war es nicht, aber... Ja, ich nehm mich auch nicht. So, äh, da ist eine Masche von den Banken, die behaupten, man hätte grob fahrlässig gehandelt, äh, ihr System wäre verlässlich oder wäre sicher. Ja, genau das dachte ich mir nämlich auch. Und, äh, warum lässt die Bank einfach so eine Auslandtransaktion von 4000 Euro durch? Das ist dasselbe. Also bei mir gibt's einen Call bei 300 Euro. Den hab ich zwar als Safety First eingerichtet, aber... Ja. Natürlich bin ich stolz auf sie, wenn sie es erstmal selbst versucht. Andererseits denke ich mir halt, dass sie sich durch die Fragen viel Zeit und Nerven hätte sparen können. Ja, deswegen hab ich die 15-Minuten-Regel. Weil ganz oft ist es ja bei sehr vielen Fehlern, ähm, äh, einfach Erfahrungswerte. Ja, aber ich denk dann, also, ich funktioniere auch so, wenn ich dann, wenn ich ein Problem habe und dann, äh, auch nach 15 Minuten dann schon um Hilfe frage, dann habe ich mich meiner Meinung nach nicht lange genug damit beschäftigt, um es selber lösen. Und ich möchte es gerne selber lösen, weil ich möchte ja auch wissen, wie ich es lösen kann. Und wenn mir das einer erklärt, ist das immer was anderes, als wenn ich es selber rausfinde. Äh, ja, äh, im Privatsektor auf jeden Fall. Ähm, ja, im Firmensektor bin ich der Meinung, ähm, da wird wichtige Arbeitszeit, äh, Hardcore verschwendet. Hm. Ja, wirklich blöd gesagt, ähm, äh, du bist zu teuer dafür, so sehe ich das. In dem Zeitraum, in dem du den Fehler jetzt gesucht hast, ohne zu fragen, äh, hättest du viel, viel wichtigere Sachen erledigen können. Ja, stimmt schon. Ja, auf der Arbeit ist das was anderes. Nee, ich meine jetzt hauptsächlich im Privatteil. Äh, äh, im Privatteil bin ich, äh, fast genauso. Also da würde ich wirklich, ähm, entweder eher Geld dafür bezahlen. Oder, äh, so lange suchen, bis ich auf die Lösung komme. Ja. Äh, ich muss TAN plus Passwort plus App. Oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss. Ja, genau, das muss ich nämlich auch. Ich muss nur, äh, das Passwort von der App eingeben und den TAN. Ja, das andere könnte natürlich sein, nicht, dass ihr, äh, Bankkonto gehackt worden ist, sondern zum Beispiel ihr Amazon-Konto, die Leute was für, äh, 4.000 Euro gekauft haben. Und, ähm, die Rückzahlung dann umgeleitet haben. Ähm, aber, dass es meinem Vater passiert und, äh, da musste, oder hat dann Amazon alles bezahlt, deswegen bin ich gerade irritiert. Ich hab keine Ahnung. Ja. Solange man daraus lernt und jetzt weiß, ähm, Fug, man muss doch ein wenig aufpassen mit seinen Passwörtern. Hm. Mein Gott, so viel zum Abreißen. Mhm. Vor allem, das sind alles nur so MK1-Bänder. Ja, es ist einfach... Traurig. Ja, schon. Naja, aber damit haben wir halt gestartet, ne? Ja. So, seitdem die Banken keinen HBCI, zwei mehr anbieten, können sie Online-Banking behalten. Äh, bei ihr weiß ich aber immer, dass wenn sie dann zu mir kommt, hat sie sie echt schon eine Weile versucht. Ja, und dann kannst du dir sicher sein, dass du jetzt nicht die dumme Frage stellen musst und, ähm, hast du schon mal den PC ein- und ausgeschaltet? Das ist das Erste, was ich mache, wenn was nicht funktioniert. Erstmal PC ein- und ausschalten. Ja, aber da kannst du dir halt dann wirklich sicher sein, ne? Ja. Ich sag nur Passwort-Manager, bis ich das mal meiner Schwester eingeprügelt hatte, nachdem sämtliche Social-Media-Konten mehrmals gehackt wurden. Ja, das, äh... Nee, 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 also der ist Gold wert. Und ich hab auch überall, wo es das gibt, hab ich zwei Faktor-Authentifizierung drin. Ja. Weil, wer dafür zu faul ist, keine Ahnung, dem ist halt einfach nicht mehr zu helfen. Ja. Das hab ich auch meiner Mom letztens erklärt, weil sie das auch nicht drin hatte und ich so, ja, warum denn nicht? Ja, das ist doch voll nervig, dann immer mit dem Ding drin. Ich so, ja, aber ich mein, gerade bei deinem Amazon-Konto, I mean, come on. Mhm. Die können literally Geld abbuchen. Ja. So. Ja, SMS-2-Faktor ist wirklich Arsch. Äh... Ja. Also ich hab auch einen Passwort-Manager. Ich hab jetzt den von, äh... Google deaktiviert. Und bin jetzt gerade nach und nach dabei, ähm... Die volle Synchronisation über die NAS abzubilden, aber das ist ein bisschen nervig. Und, äh, noch nerviger, ähm... Bei Google ist halt alles unsortiert. Und jetzt bin ich gerade dabei, die, äh, Passwörter alle zu kategorisieren. So was wie, ähm, ich hab Gaming und da sind alle Gaming-Passwörter drin. Ich hab Entertainment und da sind zum Beispiel die Passwörter von, äh... Ach, keine Ahnung. Was kann man nehmen? Wie viele fucking Schichten hast du denn bitte hierhin gebaut? Zwei. Nein. Ich meine mit den ganzen Zwischenschichten. Zwei. Naja, es waren schon jetzt schon vier, die ich weggemacht hab. Ach so, ja. Äh, äh, du bist bei der Fabrik. Ähm, das sind sechs gewesen. Ja. Merk ich. Ja, wie viele hast du denn bei... Deiner Kupferfabrik? Reden wir nicht drüber, okay? Mhm, und wenn dann noch die Steuerungsebene, die... Äh, die, die Drohnen-Ebene und die, äh, zweite Drohnen-Ebene plus die Ebene für, äh, den Weltraumlöfter zu kommt. Stimmt. Stimmt. Oh mein Gott. Ich war jahrelang bei Bitwarden seit kurzem bei Proton, weil ich da noch mehr verwende und Proton hat alle Kategorien von Bitwarden übernommen, also Gaming, Shopping, etc. Okay, das ist echt praktisch. Okay, ich bin jetzt bei KeePassCX2. Oder, ne, CX. Bei KeePassCX. Ähm, ja. Und da muss ich noch was machen. Ah, XC, sorry. Genau. Ähm, da muss ich noch ein bisschen was einstellen, weil ich würde den gerne, ähm, wie bei uns auf der Arbeit einrichten. Aber dafür muss ich mir noch ein NFC-Chip kaufen. Und das habe ich bis jetzt noch nicht. Weil dann hast du, ähm, den Passwortmanager, wo du das Kennwort eingeben musst und so einen kleinen Token in der Hand. Den habe ich hier gerade nicht rumliegen, den anderen. Ähm, wo du auch nochmal deinen Finger draufhalten musst. Wo auch nochmal ein Passwort so gesehen drauf ist. Also ist dein, deine Passwort-Datenbank mit zwei Passwörtern geschützt. Guck mal bei mir auf den Stream. Ich kann Beton verschwinden lassen. Oh, wow. Das flackert echt doll. Oh, ja. Oh. Und das passiert auch nur, wenn man den Aufzug in der Hand hat. Ach, verdammt. Ich habe es gleich geschafft. Ich auch. Dann habe ich verdichtete Kohle hergestellt. Wowie. Ja. Ich wollte dir keine klauen, deswegen. Ja, das wäre auch schlecht, weil ich, das ist quasi 1 zu 1 Produktion. Wenn du da abzwackst, dann, äh, haben wir ein Problem irgendwann. Was? Was? Wow, ich habe die Kacke falsch gebaut. Und nochmal. Und nochmal. Aber ich muss ja sagen, die 80 Stunden spielen, haben sich echt bemerkbar gemacht. Ja. Hä? Was? Ich habe gerade ein, ein Block großes, äh, Förderband gebaut. Hä? Ja. In dem Lüft drinnen. Das war gerade so, hä, wie ist das möglich? You can do it. Oh, schön, wir können, äh, den ganzen Kackstift hier wegmachen. Welchen Kackstift? Den du hier rüber gebaut hast, damit hier die Kohle ankommt. Ja, ähm, bevor du den als Kackstift bezeichnest, ne, möchte ich gerne von dir wissen, wie du denn deine, äh, Produktion, äh, deine Rampe genannt hast. Rampe. Das war auch nicht viel hübscher. Absolut nicht, ne. Absolut nicht, Ident. Äh, verdammt. Oh, nö. Oh, doch, geht. So, nee. Jetzt kriegen wir ja wirklich die Kacke schon zweimal. Was kriegen wir zweimal? Die Rezepte. Oh, die haben Back gelöst. Kann man jetzt anständig scrollen? Es gibt Scrollbalken. Nice. Yes. Ja. Okay. Also, ja, das brauchen wir nicht. Wir haben nur noch neun Festplatten für uns. Die wären wahrscheinlich jetzt schon alle lange fertig gewesen. Hätte ich das nicht die ganze Zeit vergessen. Production MK2. Wobei. Oh. Oh. Ja, von der Plattform hier hinten sehe ich jetzt, äh, die Kupferfabrik. Oh, nice. Ja, die ist tatsächlich vielleicht ein bisschen groß geworden. Und die ist halt auch nicht mal fertig. Nö. Oh. Ah, nein. Oh, wie soll es? Oh. What? Oh. 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 geradeaus ist überschuss links ist geradeaus ist wichtig links ist überschuss sondern dass dahinten haben jetzt auch alles weggerissen so langsam lichtet sich das ganze hier ein bisschen man kann bald wieder erkennen was es früher mal war was ich habe schluck auf nee das war nur ein wenig irritierend so das kupferblech kann jetzt auch komplett abgerissen werden hinten so 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 Nice. Oh, sieht das hier oben jetzt wieder leer aus. Oh mein Gott. Okay. Man sieht gar nicht, dass hier mal was war. Ah, da können wir ja fast sagen, da können wir ja ordentlich bauen. Ja. Wenn der Awesome Shredder hier durch ist, dann kann ich den Teil auch weg machen. Welchen Teil? Äh, den, wo der Awesome Shredder gerade drauf steht, hier hinten. Willst du den nicht behalten? Ich würde ihn vielleicht woanders hinsetzen. Ah, okay. Oh mein Gott. Weil so prinzipiell einen Shredder zu haben, wo man mal eben was in eine Kiste schmeißen kann, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Weiß was auch prinzipiell ziemlich geil wäre. Hm? Entweder ein Command Nonstop Tageslicht oder eine Möglichkeit schlafen zu gehen. Das ist doch schön. Brauchen wir den Biotreibstoff noch? Äh. Weiß ich nicht, eigentlich würde ich jetzt eher Nein sagen. Okay gut, dann kann ich's wegreißen. Und Shreddern. Ja. Ja. So, fördern wir den Splitter. Oh. Uh. Justgel. Justgel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 dein Taschengeld sicher verwahren. Was? Wie bitte? Wenn, dann machen wir es anders, dann stelle ich hier nicht zu nah daran kommen, stelle ich hier erst mal... Ja, ich bin auf dem Weg. Tickets ausgeben kann so gut. Blödmann. Ey, das war nicht von mir. Weiß ich, das Blödmann ging auch nicht an dich. Ach, Gott sei Dank. So, aber ich habe meine HyperTube angepasst. Das ist jetzt eine Hyperkanone. Guck mal, sie hat sogar vorne einen Pfeil, in welche Richtung sie fliegt. Normalerweise läuft das andersherum. In dem Fall wärst du der Taschengeldempfänger. Danke Zuschauer. Ja, aber ich habe die Macht. Ach nee, Katze. Hast du jetzt da eigentlich ein Depot drauf angeschlossen? Nein, noch nicht. Okay. Bitte schön. Danke Dön. Und was hast du... Ach, du hast die Bänder geupgradet dort. Ja. Was machst du hier? Ach, okay. Ich wusste nicht, dass da hinten noch ein Lager steht. Ja, ja. Deswegen habe ich mir hier fix noch eins hingebaut. Ja. Holy Shit, ey. Sieht voll anders aus jetzt, oder? Oh ja. So, jetzt fehlen uns nur noch die Kühlsysteme. Ja. Ja, ich gebe dir mal die Hälfte der Tickets. Die sind da drin noch. Ja. Falls ich noch... Das ist die Hälfte der Tickets? Ja. Holy Shit. Ja, ich muss schon dreimal einkaufen. Das sind noch 51. Ja, ich habe auch noch 47 im Inventar. Ja. Katze. Nix, Katze. Katze böse. Da hinten. Oh, da kann ich ja den neu gewonnenen Platz hier direkt nutzen. Was? Oh, wow. Kommt direkt erst mal eine Kanone drauf. Klar. Das ist der letzte Meilenstein, den wir noch machen können in dieser Phase, ne? Ja. Ja. Ja, und dann müssen wir uns irgendwann mal an die Raumschiff-Parts machen. Ja, mit dem Meilenstein könntest du dann sogar schon direkt anfangen. Ach so. Ja. Deswegen hast du doch die Kupferfabrik gebaut. Ach so. Ist das jetzt Sarkasmus oder nicht? Weiß ich nicht. Such's dir aus. Keinen Sarkasmus. Weil du weißt, du wolltest ganz viele Dinge ins Kirchen holen. Was? Du wolltest die Pasta herstellen. Wofür man 1200 Kupferbarren braucht. Ja. Ich eile. Also mit dem... Mit der Hypercannon da hinten würdest du übrigens das Achievement wahrscheinlich freischalten. Mit der höchsten Klippe. Okay. Ich wohne. Wie soll ich die Pasta herstellen? Ja. Holy... Danke schön. Äh, du siehst das, was ich hier grad bauen will, ne? Warte. Äh, Teilchenbeschleuniger, ja. Der ist es, riesig. Fucking hell, ey. Du solltest mal wieder... Du solltest mal wie, ähm, Moneyzip? Was? Stimmt, du siehst den Emoji ja gar nicht. Ein Schlückchen Kaffee trinken. Abgesehen davon, dass er arschkalt ist. Äh, aber jetzt jede Gebäude, Energie, Makulatur... Ja, machen wir auch schon. Irgendwo hatte ich hier mal so'n... Den hat sie auch abgerissen. Einfach nur zum Gucken. Wir haben hier schon einige... Und einen Unbekannten. Ich glaub, das ist die Kupferfabrik. Ja. Weil sie da noch kein, äh, Dinger ins Kirchen gebaut hat. Nice. Alter Schwede, ey. Was denn? Ja, jetzt ist hier Platz. Ja. Oh, wo ich's gerade sehe. Wir brauchen noch eine Fabrik für Highspeed-Anschlüsse. Okay. Aber die haben wir auch noch nicht. Hm. Oder Platinen. Hm. Oh. 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 Finger. Oh nein, jetzt hast du ne neue Festplatte angesetzt. So blöd, Mann. Ich wollte doch was vor euch. Ich bin so froh, dass die eine Festplatte gerade fertig wurde. Ja, hättest mal was gesagt, ne? Ja. Ups. Der Hund denkt jetzt auch, ich wär' blöd. Ja. Ja. Äh. Wo wir gerade bei sinnlose Bauwerke sind und verdammt. Was? Ach, nix. Give me a moment, please. Ja. Oh. 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 Du hast ne Fabrik stehen lassen. Ja, die Computerfabrik da unten. Die hab ich noch nicht weggemacht. Ja. Ja, man könnte bei der jetzt einfach das Kupfer, was du, äh, Kupferblech, was du oben herstellst, da einfach auch noch anschließen und dann funktioniert die wieder. Ja, nein, die kommt weg. Oh. Oh. Ich wollte doch den Kateriumbaum abschließen. Alexa, stell' einen Timer auf neun Minuten. Wenn jetzt grad irgendjemand am Fernseher guckt. Kannst du doch in zehn Minuten, äh. Ach, du wolltest den, ähm, Geysir freischalten? Ja, und diesen anderen, dieses andere Ding, was da unten in dem Kateriumpfad noch drin ist. Den... Programmierbaren Splitter. Jo. Ja, genau. Das, das hatte ich eigentlich vor, aber dann musste hier jemand eine neue Festplatte reinschmeißen. Hey, da hat jemand nicht mit mir gesprochen. Dass da schon Pläne vorne sind. Hm. Weil dann haben wir den Kateriumpfad nämlich auch komplett abgeschlossen. Mhm. Mhm. Sind ja zum Glück nur noch sechs Minuten. Sorry. Ja, du, gar kein Thema. Das passt schon. Ja, gut. Alles okay. Ich hab mich schon gefragt, ob du böse mit mir bist. Nee, nee, alles gut. Nix mit schneller sein. Ich camp jetzt hier. Du müsst jetzt sechs Minuten den Timer runterlaufen. Ja, ich hab den Turm, äh, deine, deine Fabrik fertiggestellt. Ah ja, und wo sind die Drohnenplätze? Achso. Aber wir machen jetzt mehr Energie. Wowi. Okay. Oder, 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 oder warte. Ui, toll. Oh ja. Machen wir gleich einen Stromboost von 5000. Das ist super. Wow. Das ist mein Ding. Okay, sorry. Okay. Meine Güte. Meine Güte, diese furchtbare Verkabelung geht mir hier auch sowas von auf den Sack. Tja. Hm. Also, ich hab jetzt meinen Autoklicker gestartet, der auf Festplatte scannen hält. Oh, du bist so doof. Nein. Das wär wirklich assi. Hab ich dir eigentlich irgendwas getan? Äh, du hast alle meine Fabriken abgerissen? Das war abgesprochen. Ähm. Okay, die Munitionsfabrik hast du stehen lassen. Ja. Ja. Du hast sogar den Strom zu meiner Computerfabrik geklaut. Hm. Ja. Jetzt steh, das steck ich hier fest. Tja. 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 Und jetzt, was weißt du, was wir sitzen lassen? Die Film ist hier. Und, was wir aussprechen, hast du hier gesagt. schon, bevor du mit deinem Autoklicker da drauf haust. Was? Das war ein Scherz. Ich weiß. Verdammt, er hat zu wenig Power. Du fliegst wieder quer durch die Weltgeschichte. Ja, ja. Ich will wieder zu meinem Baugebiet. Eigentlich könnte ich die Munitionsfabrik da hinten ja auch wegmachen, oder? Aber das brauchen wir. Aber die funktioniert sowieso nicht mehr, weil da weder Kohle noch Eisen ankommt. Und kein Kupferblech. Ja. Ja, dann weißt du, was du neu bauen kannst. Nein! Klar, wir brauchen nur Bullisten. Kann man auch eben per Hand herstellen. Nein. Doch. Ja, kann man, aber nein. Warum nicht? Weil ich mir da voll Mühe mitgegeben habe. Ja, dann knallen wir da einen Drohnenport dran und dann sollen die Drohnen das da anliefern. Ja, dann kennst du ja deine nächste Aufgabe. Nein! Klar. Nein! Wer es kaputt gemacht hat, muss es reparieren. Ach, Mann, jo. Ich glaube, ich glaube, ich musste auch gerade mal ganz dringend ins Bett, also ehrlich. Was? Ich bin total müde auf einmal und ich habe so Kopfschmerzen und so. Das geht nicht. Ich muss jetzt leider schlafen gehen. Einfach Krankheiten vortäuschen, um deiner Pflicht zu entgehen, geht ja aber gar nicht. Ja, aber ohne Scheiß, ich bin wirklich ultramüde und werde gleich Feierabend machen. Hm. Was denn? Äh, nee, äh, das war ein zustimmendes Geräusch. Weil bei mir ist es wahrscheinlich same. Oh, ich gehe nur noch ins Mikrofon und ich muss noch duschen. Oh, nee. Ich gehe morgens früh. Warum denn jetzt? Obwohl, nee, ich gehe jetzt noch duschen. Warum irgendwie diese Uhrzeit? Weil ich eigentlich immer abends duschen gehe. So, jetzt go. Programmable splitter unlocked. This upgrade to the smart splitter provides additional options to improve conveyor belt logistics. Okay. 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 Geothermal generator unlocked. Geysers added to the object scanner. When life gives you lemons, make lemonade. When life gives you deadly geothermal vents, run directly towards them and build generators. These are potentially lethal natural phenomena for your own benefit. It's the fixed way. Möchtest du dir die Festplatte angucken? Ich meine, das müsste die sein. Äh, kaufen. Welches? Links? Links. Plutonium? Ja. Alles Uranlastige wird gekauft. Okay. Auch wenn es nur Plutonium ist. Aber das vereinfacht so viele Rezepte. Das glaubst du gar nicht. Mhm. 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 Ich mach mich nun los. Macht das Zuschauer. Oh ja. Schöne gute Nacht. Ich, ähm, werd mich dem wahrscheinlich zeitnah anschließen. Hm. Weil es doch ein wenig, äh, irgendwie, äh, spät geworden. Etwas. Obwohl, es geht eigentlich noch. Es hat noch nicht den Müdigkeitsfaktor von letzter Woche erreicht. Äh, oder von letzten Mittwoch. Oh ja, letzten Mittwoch war... Also bei mir zumindest Katastrophe. Ja. Ich wollte gerade fragen, hast du eine neue Festplatte angestellt, aber, äh, du hast keine. Richtig. Haben wir eigentlich, äh, schon einen Ort, wo noch Beton hergestellt wird? Ja. Weil, äh, hier das dimensionale Gedöns nicht mehr oben drauf ist. Ach, das hast du auch gelöscht. Was? Nein, das habe ich nicht gelöscht. Das war schon weg. Das ist schon die ganze Zeit weg. Oh ja, haben wir. Ähm, sorry. Dann reise ich das hier oben auch erstmal ab. Ja, das hatte ich, äh, nee, lass das mal da. Okay. Weil, ähm, wir ja trotzdem noch in der Region bauen und wir brauchen immer so viel Beton, dass es zwischenzeitlich vorkam, dass wir, äh, nichts mehr zur Verfügung hatten. Ja. Oh, äh, danke Zuschauer und eine gute Nacht dir, schönen Abend dir und dann, äh, bis morgen. Klapp gut. In old, old freshness. Na gut, ich schließe mich dem Zuschauer mal an. Ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe, wenn es soweit ist. Ui! Was? Ich schlaf gut. Ja, also bei mir wird es auch, äh, jede Sekunde soweit sein. Mhm, mhm. Und dann muss ich mir noch überlegen, wo ich 20 Turbo-Generatoren aufbauen werde. Weil ich jetzt Turbo-Fuel herstelle. Oh, hoi. Ja, wir haben hier oben ja alles heute um ein gutes Stückchen dezimiert, was? Oh, Server wird in 60 Minuten neu gestartet. Guck mal, passt ganz gut. Ja. Das war verdammt knapp. Was? Ach, du bist fast runtergefallen? Nein, ich wäre fast eingesogen worden. Ach so. Ja, aber, äh, finde ich eigentlich ganz gut sogar. Weil wir hatten ja von Anfang an gesagt, das wird eher so eine, ähm, Rohstoffe haben, Base, bevor, äh, alles andere. Ja, und jetzt kann man halt auch anfangen, wirklich richtig zu bauen, weil man einfach die, ähm, Technik dafür freigeschaltet hat. Ja, nicht nur das. Guck dir mal an, wie ich jetzt hier gebaut habe und den Vergleich zu dem anderen. Ja. Ja, man, man merkt halt voll den krassen Fortschritt, so von, von der Art und Weise, wie wir bauen. Mhm. Okay, ganz ehrlich, es ist einfach nur viel mehr Beton geworden. Ja, das schon, aber, ähm, wir bauen nicht mehr nur quadratisch praktisch gut. Nee, es kommen auch ganze zwei Schrägen unter und dann, äh, ja. So. Sechs Minuten machen wir aber noch, dann ist die Festplatte fertig. Okay. Und vielleicht kriege ich in sechs Minuten auch, äh, noch einen Container bei dem Fredda weg. Vielleicht hat er sich bis dahin komplett entleert. Äh, ich drücke die, äh, Daumen. Dankeschön. Aber ich denke schon. Den unteren werde ich nicht mehr ganz leer kriegen, dafür dauert das einfach zu lange. Ja. Es wird also Zeit, dass wir MK6 freischalten. Oh ja. Ich glaube, bis wir MK6 bauen können. Also freischalten ist das eine, aber wir müssen es halt auch bauen können. Mhm. Ich glaube, das dauert noch ein Weilchen. Ist jetzt aber eigentlich auch nur so eine Vermutung. Naja, so wie sich Peanut angehört hat, ging das relativ schnell. Ach ja, stimmt. Ja. Oh, ich glaube, der Container oben ist schon leer. Ja, wunderbar. Okay, es wird da reingepumpt, dann fließt es hier runter und dann hier rein, dann hier rein, dann hier rein. Und dann kann es abtransportiert werden. Und warum Editor besser ist als Moderator? Boah, ich kann tolle Clips erstellen und diese wie der Broadcaster zuschneiden, beziehungsweise sogar auf dem Kanal featuren. Gute Nacht! Gute Nacht! Schlaf gut! Der Typ macht mich fertig, echt. Okay. Aber das Dacia-Logo bietet sich halt auch einfach an. Ich weiß auch nicht, was die dabei gedacht haben. Ich glaube genau das. Dass sie wirklich gesagt haben, hey, da gibt es bestimmt lustige Leute, die damit irgendwas machen. Ja, und schon ist es zu einem Channel-Emote von mir geworden. Finde ich aber an sich eigentlich ganz lustig. Hmm... Hmmun. Hmm. 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 warte mal kommt man da jetzt eigentlich noch irgendwo raus habe ich das nicht schon teilweise mit abgerissen doch doch habe ich da muss aufpassen ja ich weiß nicht dass die bahn genau da endet und du einfach straight-up reingesaugt wirst ich raste es jetzt echt das bett aber wollte doch fix anmerken dass ich den clip sogar in deinem namen auf deinem tik tok account hochladen könnte mache ich natürlich nicht er an sich ist das aber echt cool wenn du den personen vertrauen würdest und ich glaube das wäre für so ein horror stream bei dir ziemlich lustig wenn man dann aktiv ist doch nicht dran aus eben das war ja nicht bezogen auf den horror stream aber man könnte halt aktiv außen stream clips auf tik tok dann immer veröffentlichen ja fabi falls du auch nicht ins bett gegangen bist und vielleicht sogar noch zuhörst das wäre dann eine aufgabe für dich ich hoffe zwar dass dieser moment einfach niemals eintritt aber irgendwie ich meine es muss noch sehr viel passieren bis das eintritt aber nun pünktlich zu silvester bitte nicht alternativ elektromotor oder supra leiter computer mach mal neu scan moin dalek du kommst zu einem echt ungünstigen zeit das war noch noch schlimmer bin noch da weil mache gerade das bed ready ja da sehe ich mich auf jeden fall ja also deswegen dass du das rezept hast welches die beiden die da jetzt sind ach so weil die dann nicht noch mal auftauchen oh ja ja dass das wird dann wenn wenn irgendwann der der horror stream kommt dann wird das definitiv seine aufgabe sein direkt die clips raus zu ballern weil also dass das wird das wird besonders sein aber dafür fehlen noch 399 follower also dauert das noch hoffentlich eine ganz lange zeit so dass ich mich ganz ganz lange vor diesem stream drücken kann weil also fast wo ich kann nicht mal videos davon gucken und dann muss ich das noch in vr spielen es wird königlich ja aber wie gesagt es fehlen noch 399 follower also dauert das noch gar ganz lange ja genau nein tust du dich ja sorry dalek kauft followers auf unsere alter genau also wir haben jetzt eigentlich nur darauf gewartet dass die festplatte beendet wird eine neue angestellt und dann werden wir uns zu bette geruhen jetzt können wir auch noch eben warten bis ich die aus dem sink hier abreißen kann ok dauert auch gar nicht mehr so lange outlast vr nein ich glaube nicht das wäre auch übel ne ich werde schon bei fasmo sterben ja ja deswegen irgendwie irgendwie freue ich mich über jeden follower aber andererseits habe ich das halt auch irgendwo immer im hinterkopf kann ich überhaupt nicht nachvollziehen jetzt habe ich mein projekt auch abgeschlossen also das projekt von heute habe ich überhaupt nicht abgeschlossen aber fast turbo treibstoff reicht denn das kabel bis nach oben ja also satisfactory hat übrigens einen lustigen bug die freundliche stimme aus den off ist mani die ist auch am stream und du bist auch bei ihr mit im chat drinnen nein genau mit der spielen wir zusammen satisfactory und zwar wenn du diesen schweber rucksack an hast warte diesmal denke ich mit dann machen wir hier noch was zum ende des streames wenn du leertaste gedrückt hältst und irgendwas ansprichst und dann nicht erneut leertaste drückst oh ja den bucket den hatte ich letztens schon mal dann schwebt man einfach unendlich hoch genau aber ich hatte den bug schon dass das auch funktioniert hatte wenn man kein strom mehr in der hand hatte auch oder überhaupt strom hatte und dann ist er einfach bis nach meppen geflogen so aber jetzt wird turbo fuel hergestellt den klemmen wir dann hier an das türmchen ran mit einer hyper tube daneben und dann ist da oben das kommando zentrum für turbo treibstoff den hund hat es auch schon erledigt doch er schläft nur noch neben mir oh ja können wir hier noch was weiteres bauen ne awesome shredder na komm du hast es gleich geschafft dann kann ich dich abreißen ja ich auch die baue ich dann morgen oder so an der anderen stelle wieder auf dann könntest du eigentlich so einen richtigen schrott platz bauen was ja wo man den shredder dann einfach unterbringt ach so ja wunderschön ein traum heute sieht man tatsächlich mal richtig veränderungen hier oben ok streamt ihr morgen wieder wenn ja wann denn äh du streamst morgen wieder so gegen mittag wahrscheinlich ne oder nachmittag fängst du an ja genau also wirklich gegen äh nachmittag ich versuche morgen eigentlich relativ früh äh on zu kommen damit ich noch genügend zeit habe weil morgen vielleicht ein kollege rumkommt mhm und äh da ist dann leider äh bei mir die priorität gesetzt äh scheiß auf menschen ich äh will zocken nein ähm die priorität in dem fall ist äh ich würde gerne Zeit mit einem Kumpel verbringen weil ich den schon seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen hab so 20 ähm und deswegen verständlich ähm jetzt kommt dazu traurigerweise sind wir beide äh nicht die äh sozialsten Menschen und dann ist es halt so dass ähm wir nur 1,2 Kilometer voneinander entfernt wurden und eigentlich echt nur sagen müssen hey äh hast du heute Zeit? jo passt mhm mhm das ist halt so ein bisschen hä so ich streame morgen aber auf jeden fall nicht ich streame erst am Dienstag wieder vielleicht montag spontan aber wahrscheinlich eher nur erst am Dienstag wieder okay jo ich äh werde morgens stremen und wie gesagt ich weiß noch nicht genau die Uhrzeit ich äh denke aber relativ früh ja ich habe so ein Batterieprinzip oh ja ja oh das fühle ich so sehr das ist auch immer wenn ich irgendwie auf Veranstaltungen bin oder auf auch feiern oder so ja oh ich kann irgendwann einfach nicht mehr und ich habe danach auch jeden Tag auch wenn ich keinen Alkohol trinke ich habe so Kopfschmerzen danach ach immer wenn ich irgendwo hingehe wo viele Leute sind die sich viel unterhalten ich habe am nächsten Tag so Kopfschmerzen mich kannst du danach in die Tonne kloppen echt als hätte ich gesoffen ganz furchtbar ja oh ja Menschenmassen sind auch grauenhaft also jetzt können wir auch nochmal anderthalb warten auf die nächste Festplatte ja äh äh der Server geht erst und wird erst um 2 Uhr neu gestartet richtig? äh ja weiß ich nicht ok gut ja eben kam ja eine Meldung ah ok dann würde ich ja sagen achso ich habe übrigens bei diesem Creative Packer oder wie das heißt bei diesem Minispiel in einem Haar habe äh habe ich 3 3 Sterne im ersten Level bekommen ich habe deinen Rekord geschlagen hm und dann habe ich mir die Weltrangliste angeguckt und habe mir gedacht boah du bist ja gar nicht so gut oh ja hehe boah wenn man sich richtig Mühe geben würde ne? mhm könnte man das Kackspiel so hardcore dekorieren wenn man Bock hätte ja ja wie ich gerade feststelle mhm so mhm 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 drinnen lassen drinnen lassen drinnen lassen oder neu scannen äh ne das ist so kacke das muss drinnen bleiben das ist es noch nicht mal den Scannen wert so kacke ist das ne überhaupt nicht dann wünsche ich euch eine erholsame Nacht ich geh jetzt auch ins äh ich geh jetzt auch zu Bett alles klar wir wünschen dir auch eine wunderschöne gute Nacht schlaf gut und dann hört man sich und liest man sich sieht man sich wie auch immer die Tage bestimmt nochmal genau bitch morgen dann auf jeden Fall und ja ähm Menschenmassen sind scheiße soziale Batterien sind gut ich hasse Menschen zum Teil und ja ach genau also wann es bei mir weiter geht habe ich eben erzählt dann wünsche ich euch allen eine wunderschöne gute Nacht schlaft gut bis die Tage und äh erholt euch bis denn bye bye genau von mir auch eine gute Nacht träumt was schönes schlaft gut ähm danke fürs dabei sein auf jeden Fall und dann sehen wir uns morgen in einem random Zeitpunkt zwischen ach wenn es gut läuft 11 und wenn es schlecht läuft 16 Uhr aber ich hoffe früher auf jeden Fall ähm ja gute Nacht euch allen schlaft gut und dann bis morgen cheerio und auf Wiedersehen macht es gut ciao 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 ciao